Platz 3, die Tepa Salö Royals gegen Alba Berlin. Die Favoritinnen, ganz sicher, die Tabellenführenden aktuell in der Liga aus Berlin. Und jetzt gebe ich aber ab zu Ihren Kommentatoren, Georg Gitzinger und Biggie Weiler. Herzlich Willkommen und das sind die Bilder zu Biggie Weiler, damals noch unter ihrem Mädchennamen Hartung. Sie hatte links und rechts im Feld einen Quadratmeter markiert für Aktionen dieser Art. Eine Dreier-Schützin, immer im Dunstkreis der Nationalmannschaft und mit ganz, ganz wichtigen Dreier-Erfolgen. Zum Beispiel hier gegen Chemnitz. Das war dann das allererste Mal, dass die Tepa Salö Royals damals noch die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft erreichten. Ein historischer Dreier-Erfolg von Biggie Hartung, heute verheiratet, Mutter von vier Kindern, durchaus begabte Kinder auch für Basketball. Und da sind wir in unserer Kommentatorenbox. Biggie, herzlich Willkommen, ich hoffe, es macht ein bisschen Spaß. Premiere für dich heute. Wollen wir mal schnell auf das Halbfinale von gestern gucken noch, auf die Rolls, denn das war ganz, ganz eng gegen Dörrlinge. Ja, das sind schon die Schlusssekunden sozusagen, die letzte Minute. Hier, Destiny Littleton nimmt den Schuss. Das ist ein Ausgleich zum 77 zu 77. Das Spiel ging hin und her, da waren noch zwei Minuten auf der Uhr. Und alle dachten, das kippt zugunsten der Rolls. Aber die Nördlinger eiskalt. Die Nördlinger eiskalt. Drei Freiwürfe. Drei Freiwürfe verwandelt. Jetzt sind noch elf Sekunden auf der Uhr. Ja. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Jetzt kommt die entscheidende Phase. Vielleicht hätte man es da nicht alleine versuchen sollen, sondern doch noch mal als Mannschaft. Es ist sogar die Chance noch mal da. Der erste 3-Einer-Leben, Schlusssekunden, Jasnovskar. Der kann fallen, tut er nicht. Ja, und dann dasselbe in der Zeitlupe Jube bei Nördlingen. Und wir haben die Situation, dass die Schiedsrichter zu Recht kein Foul geben, auch wenn sie ihr ein bisschen floppt. Ne, das war schon richtig. War schon richtig, macht sie zu früh und zu unbestimmt. Und vielleicht, genau, hätte man auch mal einen Pass überlegen können, aber hätte, hätte, war nicht so. Jetzt müssen wir am Platz 3 spielen. Genau, und das Spiel geht in diesen Sekunden los. Schauen wir mal auf die Aufstellung. Beginnen bei den Royals. Ja, wer ist auf dem Feld? Wen sehen wir? Bunjak mit der Nummer 3. Die Französin Bandou mit der 35. Genau, Monika Jasnovska mit der 15. Destiny Littleton mit der 11. Und wen haben wir noch? Sanja Mandic mit der 10. Haben wir noch nicht. Die ist auch noch auf dem Feld. Bei Alba Berlin mit der 0 Maggie Mulligan. Mit der 14. Die Aufbauspielerin. Die Shearer Thompson 24. Sorry. Maggie Mulligan. Gegen Bandou. Erster Ball bei Alba. Ja, gleich das erste Foul. Schönes Anspiel. Zwei Freiwürfe für Alba. Das ist Stefanie Grigoleit, die da an die Linie geht. In Magdeburg geboren, deutsche Nationalspielerin, verheiratet. Ein Kind. 34. 1,86 groß. Der erste Punkt in diesem Match um Platz 3. So, beide verwandelt. 2 zu 0 für Alba. Also, für mich war das eigentlich das Wunschfinale, wenn man mal ehrlich ist. Hat ganz knapp nicht funktioniert für die Royals. Und die Überraschung des Halbfinaltages war die deftige Klatsche von Alba gegen den Titelverteidiger gegen Hannover, die wir nachher im großen Finale sehen werden. Ein erster Dreier an den Ring und raus. Könnte eine Waffe sein, aber dafür muss er hochfrequent fallen. Und die Rebounds werden dieses Spiel mitbestimmen. Das ist eine Basketball-Banalität. Da ist es natürlich für die Royals nicht unbedingt hilfreich, dass wir gestern da noch ein bisschen Verletztenpech gesehen haben. Gleich im ersten Viertel des Halbfinals musste da die Centerspielerin raus. 1,93 groß, Maria Kostukowa. Die hatte bis dahin einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und die Royals beginnen aus der Distanz nervös. Das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Erstmal, wenn Platz zum Korb, erstmal in das Spiel reinkommen. Und an der Linie Frauenbasketball, Freiwürfe. Ein besonderes Thema. Es gibt ja hochbezahlte Millionäre im Männerbereich, die keine Freiwürfe schießen können. Auch Weltstars konnten das nicht. Die Frauen können es. Wird das mehr trainiert aus deiner Erfahrung oder woran lebt es? Nee, es ist ja jetzt nicht so, dass Männer generell keine Freiwürfe werfen könnten. Ich glaube, das ist eine ziemlich individuelle Sache. Ich meine, je nachdem ist es natürlich auch Kopfsache. Das ist nicht immer nur, dass man es nicht kann, in welcher Situation man es dann halt auch wirklich zeigen muss. Mit dem Druck, der dahinter steht, ist halt auch nochmal eine andere Geschichte. Ein Airball, genau, was im Training klappt, muss dann erstmal... Von der Shira Thomas sieht man äußerst selten. Ja. Den freien Dreier darf man schon mal reinschießen. Ja, der Ball im Aus. Ein Ruf für Alba. Zwei Minuten gespielt. Zwei zu vier aus Sicht der Rolls. Maliköng. Also sie treffen beide nicht sonderlich gut im Moment. Aber der Rebound auch wieder bei Alba. Das sollte möglichst so einfach nicht passieren. Und das ist das klassische Alba-Spiel. Zweite Welle. Zweite Welle. Ja, nochmal von außen dieses Mal mit drei Punkten von Monika Jasnowska. Und dann heißt es 5 zu 6. Und wieder ein Fehlpass. Also ich glaube, dass die Spiele gestern natürlich mental und tatsächlich körperlich extrem viel Kraft gekostet haben. Vielleicht werden wir das in der zweiten Hälfte noch deutlicher sehen. Im Moment ist es eher eine Frage der Konzentration. Und der guckt schon rein in die Reise. Also es ist ein bisschen wild im Moment. Ja, das sind auch vergebene einfache Punkte. Destiny Little. Aber vielleicht etwas überhastet an der Stelle. Gerade am Anfang vom Spiel. Fängt man sich dann halt im Gegenzug schnell. Genau die beiden einfachen Punkte, die wir gerade gesehen haben. Aber hier, dass selber auf der Gegenseite runnen kann. Stephanie Grigolait, die auffälligste. Und das ist ein Dreier. 7 zu 11 und direkter Ballverlust. Zeit für eine Auszeit. Ja, und da haben wir die Auszeit. Genauso ist es. Das waren dann doch ein paar Fehler zu viel. Der Chefcoach, der Rolls, Dragana Svitlica aus Bosnien-Herzegowina. Seit dieser Saison in Saarlouis war als Spielerin sehr erfolgreich international aktiv. Hat in Bosnien natürlich gespielt, begonnen. Dann aber auch in Spanien und in Ungarn und war die Co-Trainerin des bosnisch-herzegowinischen Nationalteams. In dem, wenn ich das richtig recherchiert habe, tatsächlich kaum Damen aus der Herzegowina spielen, sondern nur Damen aus Bosnien. Im Männerbereich ist es eindeutig nur Bosnienjacken. Das hat historische Gründe, glaube ich. Vielleicht ist in den jeweiligen Landesteilen der Basketball, Sport unterschiedlich. Vielleicht kann uns das ja mal jemand schreiben, der sich damit auskennt. Genau, sonst müssten wir sie vielleicht einfach mal danach fragen. Genau so ist es. Was sagst du einem Team beim Stand von 7 zu 13 Mitte des ersten Viertels? So einfache Punkte kann man definitiv nicht zulassen, wie das hier gerade passiert ist. Wir müssen mit Sicherheit mehr Druck machen auf Alba, dass sie da nicht ins Laufen kommen und einen Fastbreak nach dem anderen spielen können oder einfache Punkte spielen können. Gucken wir mal, was sich jetzt geändert hat. Das ist das Alba-Spiel, ganz Feldpresse. Und daraus Ballgewinne kreieren wir hier. Genau, Druck machen vorne direkt, wechseln auch immer viel durch. Das gibt der Kader her und es ist sowieso das interessanteste Basketballprojekt im Frauenbereich in Deutschland im Augenblick. Und ich bin mir sicher, das ist Littleton, dafür ist sie die Topscorerin der Basketball-Bundesliga der Damen. Also ich bin mir sicher, dass das zum Beispiel in München sehr, sehr genau beobachtet wird, was die Alba-Damen da treiben. Mit Sicherheit. Das ist halt natürlich ein Vorteil, wenn man die professionellen Strukturen vom Herrenbereich schon ein bisschen mitnutzen kann, auf jeden Fall. Fändest du das gut, wenn man irgendwann dann in der Bundesliga gegen eine Bayern-Mannschaft und gegen eine Alba-Mannschaft und gegen eine Bonner-Mannschaft spielt? Das sollte nicht so enden, dass man im Endeffekt keine Chance mehr hat, wenn man nicht den Herrenbereich hinter sich hat, um das mitzunutzen. Da muss schon ein bisschen mehr Professionalität in der Breite her. Daran wird ja auch gearbeitet. Das ist halt eine Sache, die macht man nicht von heute auf morgen. Da muss man der Sache auch Zeit geben. Ja, da kann man jetzt aber auch schon mal faul pfeifen. Aber sie ist natürlich mit solchen Aktionen wie gestern, bei den Schiedsrichtern hat es ja auch einen Ruf. Das ist klar, ne? Das ist natürlich das, was sie dann irgendwann vorauseilt. Ja, vielleicht ist es auch einfach nicht nötig, unbedingt immer in der Mannschaft zu sehr über eine Person zu spielen. Es ist auch eigentlich eine Mannschaft, die ja nun tatsächlich aus vielen wirklich sehr guten Spielerinnen besteht. Das sollten die Reuls versuchen für sich auch zu nutzen. Also heute noch gar nicht gespielt. Jetzt fünfeinhalb Minuten Isabel Spingela, die Amerikanerin, die mir gestern offen gesagt am besten gefallen hat im Halbfinale. Ja, definitiv. Ich fand auch, dass sie da gestern das ganze Fass noch mal gedreht hätte. Ja, hier faul an Littleton. Da kommt dann auch zwei Freiwürfe. Schiedsrichterleistungen gestern am Halbfinaltag wurden übrigens sehr gelobt. Das ist ungewöhnlich, sag ich mal an dieser Stelle. Also ich fand das auch. Also ich bin generell niemand, der es unbedingt gerne auf die Schiedsrichter schiebt. Und sollte sich jeder möglichst erst mal an der eigenen Nase fassen und gucken, was er tun kann. Aber das stimmt wirklich, das war eine sehr gute Leistung. Ich meine, es ist natürlich auch eindeutig ein Vorteil, wenn du zu dritt pfeifen kannst und nicht nur zu zweit. So. Es steht 12 zu 13 und es sind noch 4 Minuten 26 im ersten Viertel auf der Uhr. Berlin wechselt. Henning Rette-Höfermann aus dem Spiel, Tessa Stamberger rein. Berlin mit der klar tieferen Bank. Das ist an einem Tag wie heute ganz sicher ein Riesenvorteil, wenn man das konsequent nutzt. Und die Bankspielerinnen auch für Punkte gut sind. Ja, schön gepasst. Ja, das nutzt Berlin ja generell, dass sie viel wechseln, viel wechseln können und dadurch halt schnell spielen können. Aber Littleton hier nochmal mit den zwei Punkten 14 zu 15. Ich bin mal gespannt, wie lange die Rolls das Tempo mithalten. Denn eins ist klar, das Team hat sich ja in der laufenden Saison sehr verändert. Und das ist zu einfach. Aber Glück gehabt. Ja, auch vergeben. Ja, das Tempo. Ja, aber im Moment. Ja, zu aggressiv. Leider das Foul. Ja, das Spiel gestern. Und jetzt kommt Spengola. Ja. Da ist sie. Genau. Kriyasnauska. Kriyasnauska. Auch da darf der Bein nicht hin unter den Korb. So leicht. 14, 17. Noch drei Minuten. Ja, schön zum Korb gezogen. Bekommt die zwei Freiwürfe. Die Französin. 25 Jahre jung, 1,88 Meter groß. Offen gesagt nicht die beste Freiwürfschützin. Das war schon das zweite Foul von Lucy Preuss. Deswegen jetzt auch der Wechsel bei Alba schon. Ja, da hat es sich Lügen gestraft. Der erste ist drin. Ja. Ungefähr wie ich früher selbst die Freiwürfe rein gezittert habe. Gibt es davon auch Bilder? Nein. Schade. Das war nicht hoch genug. Das war nicht hoch genug. Hätte ich dann auch gerne nochmal gesehen. Ja, aber das sind doch jetzt Hand aufs Herz schöne Erinnerungen. Und das ist Spengola. Und dann geht es ja an die Linie. Ja, bitte Paul. War eine ganz andere Zeit. Ja, definitiv. Da sieht man ja, dass der Weg zur Professionalität schon besser wird. Aber auch noch weit ist. Es war aber auch eine ganz andere Mannschaftszusammensetzung damals. Wenn man jetzt sieht, dass es sich hier eigentlich ausschließlich um Profis handelt. Das war damals deutlich anders. Aber auch ein Teil des Problems, wie vorhin kurz angedeutet. Sie kam unter der Saison. Sie hatten keine Vorbereitung. Sie waren teilweise nicht gut in körperlicher Verfassung. Individuell sicher eine der besten Mannschaften der ersten Liga. Aber dann eben an einem bestimmten Punkt auch relativ einfach zu besiegen. Der Ausgleich übrigens. Und die erste Führung. Genau. Die beiden Freibürfe von Spengola. 18 zu 17. 18 zu 17. 2,35 auf der Uhr. Ja, da war sie im Aus mit dem Fuß. Einwurf für die Royals. Verschiedene Regeln könnte man im Fußball auch mal übernehmen. Ein alter Traum von mir mal nach einer Fußballsaison Fußball nach Basketballregeln spielen zu lassen. Also mit angehaltener Uhr, um das elendige Zeitspiel abzuschaffen. Und mit fliegendem Wechsel, wenn das Spiel unterbrochen ist, wird sofort ein ganz anderes Fußballspiel. Brauchst du allerdings auch dann 25 Mann. Ja, gut. Es werden im Moment alle möglichen neuen Ligen in irgendeiner Form erfunden. Vielleicht hast du ja damit dann auch noch irgendwo Erfolg. So, aber nochmal zurück zum Spiel. Drei Freiwürfe. Für Sanja Mandic, der erste ist drin. 19 zu 17. Die haben wir beim Warmschießen erlebt. Da hat sie kurz mal zu dir rübergeguckt und dann vier Dreier nacheinander reingeworfen. Ja gut, wenn das immer so einfach wäre, dann kann man da drüber sprechen. So, schauen wir mal. Was hältst du von der Reizverteidigung bis jetzt? Die ersten acht Minuten. Ja, es... Auszeit hat gewirkt, würde ich mal sagen. Die Auszeit hat gewirkt. Allerdings sind es immer noch teilweise... Ja, da war der Ball oben am Gestänge. Dann gibt es jetzt einen nur für die Royals. Sind es teilweise doch noch einfache Anspiele unter dem Korb. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch schwierig, wenn du nur eine große Spielerin noch zur Verfügung hast. Der war schwer. Der war schwer. Rebound bei Swingola, wie so oft. Gut gekämpft. Da ist er halt wirklich oft an der richtigen Stelle. So, noch zehn Sekunden in dem Angriff. Oh je. Ja, der war doch... Naja, aber das hätte man offen gesagt zu deiner Zeit als Faul gefiffen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer so gewesen wäre. Aber hier wieder der Rebound. 19, 19. Ausgeklächt. Ich denke da... Ich muss nachher mal gucken, ob wir da irgendwelche Statistiken kriegen, aber... Bei den Rebounds sieht es noch nicht ganz so gut aus. Der freie Dreier an den Ring. Aber auch wieder der Ball bei Albert mit der zweiten Chance. Und Milena Majanhold mit dem Rebound. Karb zählt nicht. Zwei Schuss. Gefällt den Alper-Fans nicht, ist aber der richtige Pfiff. Drittes Foul. Wir erinnern mal zur Lena Golisch. Drittes Foul. Das geht an die Linie. Lena Golisch. Sehr früh. Sechs Fouls gepfiffen gegen Alper. Vier gegen Saarlouis. Und die Chance auf die erneute Führung. Das sind wir wieder bei deinen Freibürfen. Da ist die Führung für die Reuels. Noch 26 Sekunden. Den Dreier hätte sie schon nehmen können. Ja. Der ist besser. Die sind aber noch 13 Sekunden auf der Uhr. Ich denke, die wollen das schon ausspielen. Das Viertel. Das war so sicher nicht geplant. Und damit haben wir Rolf den Ball. Und es sind noch 12,3 Sekunden auf der Uhr. Da wollte Alper eigentlich die Uhr runterspielen. Ja. Das war nie nach Frau Rosenberger. Und der ist noch mein Platz. So, noch 12 Sekunden. Alper, wie erwähnt, mit der Ganzfeld-Verteidigung. Setzt den gegnerischen Aufbau immer unter Druck. 8, 7, 6. Ist klar, was passiert. Littleton macht es alleine. Na, Littleton mit dem Ballverlust. Und wenn der reinfällt, hätte sie der Mannschaft noch richtig Ärger gemacht. 20 zu 19 gewinnen die Reuels das erste Viertel. Deine Zwischenbilanz, Vigil. Ja, es waren doch noch viele Fehler dabei. Es müssen beide noch ein bisschen in das Spiel reinkommen. Ja, mit Sicherheit werden die Rebounds nochmal angesprochen. Es sind auch viele zweite Chancen, die dann zu Punkten geführt haben. Ja. Schauen wir mal rein. Sieht mir aber mehr nach einer Angriffsoption aus, was sie da aufmalt. Das auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass sie über das andere vorher schon geredet hat. Und man darüber auch einfach nicht sonderlich lange sprechen kann, was man anders machen muss. Man muss sich halt reinhängen. Wie das geht, sollte ja klar sein. 500 Zuschauer geschätzt in der Halle. Es gehen 1200 rein. Die Zeiten, als hier Zuschauerrekorde gebrochen wurden, die ist schon ein bisschen länger vorbei. Ich glaube, wenn man das ergründet, natürlich ein Eventpublikum, das lieber Spiele um die deutsche Meisterschaft und um den deutschen Pokal sieht, als Tristen-Liga-Alltag mit teilweise, sagen wir mal, eher schwachen Auftritten, auch der Reulz in den vergangenen Jahren. Das ist ein bisschen dann natürlich auch wieder eine Frage der Identifikation mit der Mannschaft. Wenn du natürlich so viele Wechsel jedes Jahr immer auf den Positionen hast, Ja, du kennst die Spieler ja gar nicht mehr wirklich. Also ich denke, ein bisschen mehr Kontinuität wäre das schon schön. Ich meine, Alba macht es im Moment vor. Das sind, glaube ich, so die Zuschauerrekorde, die im Moment im Damen-Basketball aufgestellt werden. Genau. Wir sehen ja auch die Alba-Fans da, die eindeutig hier die Aktivisten sind. Ja. Ich finde es super. Zweites Viertel beginnt. Ballbesitz bei den Hauptstädterinnen. Und die Reulz mit der Chance. Ja, das war jetzt schön gespielt. 22,19. Also in unseren Vorbereitungen, bitte. Ja, noch vier, drei Sekunden. Ja, den musste sie nehmen. Aber der Rebound, wieder bei Alba. Und das Fall von Spengola. Ihr erstes. Nee, Nummer 15 hat es bekommen. Wer hat es bekommen? Die 15 hat es bekommen. Die ersten Aufskei hat es bekommen. Gut. Auch ihr erstes. Ja, beschwert sie sich zurecht aus meiner Sicht. Ja. Hätte man auch faul pfeifen können. Und der Dreier, Steffi Grigolaitz. Und der Ausgleich. Schwachsabfeld. Für 228. Bei Alba seit 2022. Ganz erfahrene Spielerin, wie man in der Situation auch wieder sieht. Am Ausland aktiv. Lange Nationalmannschaft. Und jetzt. Ja. Zieht sie das faule Basis des Wortes? Da sieht man die Erfahrung, die du gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall. Spielstand 22 zu 22. In der zweiten Hälfte noch 8 Minuten und 13 auf der Uhr. Berlin wechselt auch nochmal. Bei den Reuts kommt Bandou, die Französin. Beide verwandelt. Zwei Punkte Führung. Wieder für Alba. Machen jetzt von vorne auch mehr Druck. Für diese Verteidigungsart musst du läuferisch extrem fit sein. Musst du fit sein. Das sind sie auf jeden Fall. Haben auch die Möglichkeit viel zu wechseln, was sie auch tun. Und das ist für das gegnerische Aufbauspiel richtig eklig, wenn du schon quasi unter dem eigenen Korb angegriffen wirst. Und das dauert. Schrittfehler gepfiffen. War jetzt von den Royals auch gut verteidigt. Die Shira Thomas in Klackamas in den USA geboren. Hier auch nochmal Wechsel. Auch seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren bei Alba. Dittlten wieder auf dem Feld. Mann ist wieder auf dem Feld. Da hat sie dann auch direkt auf die aggressivere Verteidigung wieder reagiert. System 2 zeigt die Spielmacherin an bei Alba. Und wenn das das Zweiersystem ist, dann war es bis zum Brett super gespielt. Littlten. Im Moment fällt es nicht. Ne, ist eigentlich ihr Wurf. Ja. Jasnowska. Offensivfaule gepfiffen gegen Monika Nasch. Im zweiten Viertel. Und wieder der einfache Pass. Und wieder daneben gelegt. Sie lassen die Rollen im Spiel. Einfache Punkte, die sie da liegen lassen. Ist schön gespielt. Wird aber auch nicht bestraft. Foul von Vandic. Foul von Vandic. Also 4-0 Fouls ist natürlich dann immer so ein Ding. Da sah man gerade Christo Gravera, den Chefcoach Spanier. Ganz, ganz interessanter Mann. Ja, ist jetzt auch schon lange bei Alba. Hat das Ganze ja die ganze Zeit begleitet. Trigo Leitz mit den Punkten zum 26-22 für Alba. Schauen wir mal, wie die Holz darauf reagieren. Also Christo Gravera, der Cheftrainer in Las Palmas, Gran Canaria, geboren. Und schon seit vier Jahren jetzt bei Alba. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, die sehen sich ja bald wieder, um nicht zu sagen, gleich. Genau, es ist eigentlich die Generalprobe fürs Viertelfinale, für die Playoffs. Oh, 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 oh. Offense Foul, korrekt gepfiffen. Ja. 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 Gut aufgenommen. Best of Five wird gespielt, der Achte gegen den Ersten. Erst zwei, erst zwei Halbenspiele für Berlin. Die sind am 22. und 24. Dritten, also freitags und sonntags ein Wochenende. Und dann an dem Osterwochenende sind dann erst, sollte es, je nachdem wie weit es geht, zwei Spiele in Saarlouis. Und das letzte wäre, sollte es zu fünf Spielen kommen, dann wieder in Berlin. Ja, schnell nach vorne gespielt. Regoleit, die beste Spielerin auf dem Feld im Augenblick. Und Auszeit. Mitte des zweiten Viertels, sechs Punkte Rückstand für die Royals. Sehr schöne Aktion. Danke an die Regie, an die Kollegen im Ü-Wagen für die Zeitlupen. Stefanie Grigoleit. Und da haben wir die Alba-Fans. Da haben wir die Alba-Fans, die hier wirklich Stimmung machen, die auch gestern noch, als Alba hoch zurück lag, immer noch richtig Stimmung gemacht haben. Also super. Sie sind der Tabellenführer der Liga. Sie haben die Hauptrunde gewonnen, so kann man es ja auch sagen. Und sie wünschen sich am liebsten zwei Titel. Das hat gestern nicht funktioniert. Die Amerikaner haben so einen schönen Satz. You have to be there to be there. Du musst schon mal da gewesen sein in einem Halbfinale, um deine beste Leistung abzurufen. Das war das erste Mal. Und meinst du, Nervosität hat eine Rolle gespielt? Oder hat das Hannover einfach nur gut gemacht, weil die sehr physisch gespielt haben? Hannover hat es mit Sicherheit gut gemacht. Das war mit Sicherheit nicht das beste Spiel, was Alba bis jetzt hingelegt hat. Sie haben am Anfang auch viel Pech gehabt, da ging viel nicht rein. Ja, das macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber es war nun wirklich gestern sehr eindeutig. Das hat Hannover auch sehr gut gemacht. Der Titelverteidiger, der seinen Titel verteidigen kann. Der seinen Titel verteidigen kann. Nachher im Spiel gegen Nattingen. Da ist er. Cristo Cabrera. Ganz professionell aufgebaut. Die Struktur bei den Alba-Damen. Und da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass die in der Liga und natürlich auch im Pokalwettbewerb in den kommenden Jahren immer ein Wörtchen um Titel und Meisterschaften mitsprechen werden. Gut, das Ganze haben sie auch vernünftig aufgebaut. Das Ganze ging ja schon vor Corona eigentlich los, vor der Zeit. Gregor Leit. Wieder zwei Punkte für Gregor Leit. Überragend. Cristo Cabrera, wir haben es ja gesagt, ist da ja auch schon seit, was haben wir gesagt, vier, fünf Jahren als Coach da. Da ist eine Kontinuität drin. Die Mannschaft kennt sich auch. Das ist halt eigentlich genau das, was wünschenswert ist, wenn du da nachhaltig was aufbauen willst. Ja, den Zweikampf mit Mismatch. Ja, das ist super genutzt. Eindeutig. Das ist jetzt vielleicht etwas überhastet. Zweiter Dreierversuch von Spincola, der nicht fällt. Ja, es darf jetzt halt dann nicht. Und umgekehrt. Hier umgekehrt. Auch nicht. Sie lassen sie wieder im Spiel. Aber der Rebound. Und zehn Punkte Vorsprung für Alba mittlerweile und noch vier Minuten auf der Uhr in dieser ersten Halbzeit. Jetzt sind es zwölf. Lettelton. Lettelton. Nein, Mandur war das. Achso, ja, Entschuldigung. War ich kurz abgelenkt von einem Nebengeräusch. Ja, man hätte sie auch eher unterm Kopf erwartet, da gebe ich dir recht, aber kann auch von außen werfen. Das ist das, was du gerade... Zu überhastet, da will es jeder natürlich besonders gut machen. Und dann... Es wird aber dann genauso... Nein, nicht bestraft. Doch bestraft. Nein. Ballbesitz Alba. Aber Ballbesitz Alba. Das ist zu überhastet, wenn da jeder einzeln das dann regeln möchte. Da gab es Debatte mit dem Schiedsrichter, was sich in der Regel im Basketball nicht auszahlt. Es gab ja mal eine Regel, dass eigentlich nur der Teamkapitän sprechen darf. Das hat sich lange, lange, lange in Luft aufgelöst. Früher gab es dafür schon mal ein technisches Foul. Wenn Sie es ganz streng ausgelegt haben, zu leicht. Einfach, einfach, zu leicht. Das ist zu leicht, genau. 25, 36. Der Spielstand. Schön gespielt und dann fällt er nicht und der Rebound ist bei Alba. Und die Rollensfans neben uns, die raufen sich die Haare. Die sind ganz still, im Gegensatz zu den Alba-Fans auf der anderen Seite. Aber vielleicht bräuchte das Team die Unterstützung dann jetzt auch mal von der Seite dringend. Spengola kämpft und kriegt. Foul, der Nummer neun von Alba. Ja, Lena Snyder mit ihrem ersten Foul. Die Amerikanerin in Millersburg geboren übrigens. Ja, verteidigen schon hart und gut. Ja, aber macht er jetzt mehr Druck als eben am Anfang. Und es fällt nichts bei den Rollens. Kann das jetzt auch eine Kraft- und Konditionsangelegenheit sein? Das Tempo war sehr hoch und da ist der nächste Treffer mit dem Bonus-Freibwurf, Theresa Simon. Ja, mit Sicherheit war gestern das knappe Spiel gegen Nördling da auch sehr anstrengend, was ja wirklich erst in der letzten Sekunde entschieden hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier von einer Profimannschaft reden, denke ich, sollte man auch noch so ein Spiel spielen können. Ja, die Gründe, warum das gerade in diesem konditionellen Bereich nicht perfekt ist, sind ja dadurch erklärt, dass die Mannschaft in der Saison verändert und verändert wurde. Es kamen halt Spielerinnen dazu, die bei anderen Vereinen nicht gespielt haben, die teilweise auch verletzt waren und sich erst hier wieder regenerieren mussten. Das erklärt es. Es entschuldigt es nicht. Es war halt eben da auch einfach nochmal der Wechsel mitten in der Saison, was natürlich nie wirklich hilft, wenn du die Saisonvorbereitung im Endeffekt auf den Saisonanfang verlegen musst und nicht vor die Saison, dann ist das natürlich schwierig. Hier schön gespielt. Das war jetzt auch so einfach. Da hat Berlin geschlafen in der Verteidigung. Jetzt müssen die Royals gucken. Es sind noch eine Minute 38. Da vielleicht doch nochmal ein paar Punkte ranzukommen. Das Ganze vielleicht doch noch unter... Und jetzt das System unterbinden. Unter zehn Punkte zu halten zur Halbzeit oder so. Zwei Schuss, weil sie die Foulgrenze überschritten haben. Sanja Mandic fragt danach, was habe ich denn gemacht? Ja, gestern konnte sie so ein Offensiv-Foul annehmen. Aber wenn es einen halben Schritt zu spät ist, dann ist es natürlich ihr Foul. Schon ihr drittes. Maggie Mulligan aus Boston. Eine Weltenbummlerin hat in Australien gespielt, in Griechenland, lange in Spanien und beim TSV Wasserburg, dem früheren Dauer-Rivalen... ...wechselt Berlin nochmal. Der rollt mit der Nummer acht. Höfermann geht raus. Ich bin sehr gespannt, ob Wasserburg nochmal zur alter Stärke zurückkommt. Ich habe die Mannschaft gesehen gegen die Dillian Diamonds. Aber... Ja, der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga ist schon sehr deutlich, das muss man ehrlich sagen. Das waren hier in der Stadtgartenhalle und in der Batria wirklich historische Duelle der großen Mannschaften. Schön gespielt. Schön gespielt, schöner Pass. 12 Punkte Rückstand, 29, 41 und noch genau eine Minute. Gut verteidigen, noch einen Korb bezielen. Aggressiv weiter. Dann ist alles möglich. Das ist natürlich zu einfach, das Mismatch ausgenutzt dann von Mulligan. Gut gespielt. Mulligan, 1,90 Meter klein, um es mal so zu sagen. Auch ein weiter Dreier. Sehr weit. So, jetzt sind es noch 30 Sekunden. Und das Foul von Monika Nath. Der Schiedsrichter stand direkt daneben. Schiedsrichter drin. So, wegen den Team Fouls wieder zwei Freiwürfe. Und dann kann es zur Hälfte, wenn die Rolls in den verbleibenden 27 Sekunden ihn nicht noch treffen, doch schon sehr deutlich sein. Allerdings muss man von vornherein sagen, auch wenn das jetzt das Finale wäre, wir hätten damit gerechnet, dass Alba sich eher in den Favoritenkreis da spielt. Und wenn Alba schnell spielt, aggressiv spielt, ausnutzt, dass sie durchwechseln können. Schwer. Was dagegen zu tun. Tessa Stamberger verwandelt zwei. 45 Punkte für Alba Berlin. Und die letzten 20 Sekunden laufen. So, die können die Rolls jetzt runterspielen. Fast bis zum Ende. Noch 12, 11 Sekunden. Das ist gut verteidigt, gedoppelt. Jetzt müsste der Pass kommen. Es ist aber keine Spielerin frei. Jetzt gibt's zwei Schuss. Immerhin. Ja, erst mal ein Wurf, denke ich. War keine Wurfaktion. Pfiff korrekt. Das ist... Allerdings sind es jetzt die fünf Sekunden, die sie ausspielen können. Eine letzte Chance. Und der bleibt hängen. Und dann haben wir einen Halbzeitstand. 29 zu 45, doch ziemlich deutlich. 15 Minuten Pause. 29 zu 45. Die letzte Aktion. Der hätte auch reinfallen dürfen. Ja, hätte reinfallen können. Die waren halt schon ziemlich groß, die da alle im Weg standen. Mit Mallingen, da muss man erst mal dran vorbeikommen. Ja, 16 Punkte Rückstand ist das noch aufzuholen. Die Alba-Fans rechts von uns, die sagen, die Mannschaft holt die Prosse-Medaille. Ja, es wird mit Sicherheit schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde da jetzt auch auf Alba setzen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass gestern das Halbfinale so deutlich gegen Alba ausgeht. Also von daher, ja, es ist vielleicht alles möglich. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ich würde da auch Alba deutlich favorisieren. 20 Minuten bleiben noch, 14 Minuten Pause. Wir geben an Katrin Schmidt, die hat einen Gesprächspartner. Lange ist es gut gegangen und die TV Solo Royals konnten lange das hohe Tempo von Alba Berlin mitgehen. Aber dann, ja, zur Mitte des zweiten Viertels war es dann leider zu Ende. Halbzeitstand 29 zu 45. Bei mir ist jetzt der sportliche Berater der TV Solo Royals. Was sind Ihre allerersten Worte jetzt, Hermann Pah? Also als allererstes denke ich mal, dass unsere Mannschaft als Mannschaft wirklich gut gespielt hat. Das erste Viertel war sehr gut. Also die Aussage, dass die Mannschaft nicht als Mannschaft spielt, ist einfach falsch. Im zweiten Viertel hat sich ja Alba mit im Endeffekt sehr physischer Verteidigung durchgesetzt und da haben wir uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Man merkt halt auch, dass die Jaylin fehlt und dass die Marie fehlt. Es fehlt zwar auch Marie Berthold bei Alba, aber für uns sind das schon essenzielle Spielerinnen. Und ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit doch an dem ersten Viertel wieder anknüpfen können. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, das Team hat gut zusammengespielt. Das war ja vor dem Wochenende nicht so ganz klar. Man hat viel gehört, es läuft nicht so gut im Team, die Stimmung ist schlecht. Was ist da gerade los bei den Royals? Also die Saison läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, ohne Frage. Aber wir haben mit 1 zu 5 angefangen, sind dann mit Mühe und Not in die Playoffs gekommen, sind im Pokal Top 4. Das ist immerhin schon etwas. Wenn eine Mannschaft mit dem Anspruch, den auch die Spielerinnen haben, wenn die nicht so erfolgreich spielen, dann gibt es halt auch mal Stress. Aber das ist mir als Berater viel lieber, als wenn sie das sagen, ja okay, dann muss man sich auch mal reiben und das gehört auch dazu. Das heißt, es wurde ein bisschen heißer gekocht, als es wirklich ist. Es wurde ein Disput, in Anführungszeichen, mit einer Trainerin und einer Spielerin, wurde als ich weiß nicht was dargestellt. Was schlicht und ergreifend lächerlich ist. Also die Mannschaft ist nicht so erfolgreich, wie wir wollen, das stimmt. Und das kann man auch kritisieren. Aber dass die Mannschaft jetzt wirklich dann keine mehr ist und dass sie nicht wollen, das haben sie gestern schon gezeigt, dass sie wollen, das haben wir wirklich knapp verloren. Und wir werden auch die Playoffs als Mannschaft bestreiten und eine Saison ordentlich abschließen. Ja, jetzt ist es so, dass Sie sagen es auch die ganze Zeit, es läuft sportlich nicht so, wie es laufen soll. Aber überall hört man, eigentlich ist das individuell eine der besten Mannschaften der Liga und trotzdem mussten sie sich quasi in die Playoffs reinzittern. Warum funktioniert das gerade nicht? Warum gehen die Zahnräte nicht so ineinander, wie sie könnten? Also wenn ich das wüsste, so einmal im Detail, also ich weiß schon woran es liegt, aber dann gehe ich nach Bayern München, verdiene viel Geld. Ja, also die haben auch nicht unbedingt so schlechte Spieler im Fußball in der ersten Liga und es läuft auch nicht so. Es gibt halt manchmal, ja, passt es nicht ganz so zusammen. Und wir haben die Mannschaft nach dem sehr schlechten Saisonstart, haben wir die zur Hälfte fast ausgetauscht und es hätte auch besser funktionieren können. Da wären wir auch froh gewesen, aber wir sind immerhin in den Playoffs und wir sind immerhin im Top 4 und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt ordentlich die Saison abschließen und zur nächsten Saison eine Mannschaft ein bisschen anders zusammenstellen. Aber der Mannschaft den Willen abzusprechen, hier nicht zu gewinnen, das ist lächerlich. 16 Punkte Rückstand nehmen die Royals jetzt mit in die zweite Hälfte. Welche Ansage gibt es jetzt von der Trainerin, von Dragana Svidlika in der Kabine? Ja, das ist eine gute Frage. Also sie wird sich mit Sicherheit versuchen nochmal zu motivieren. Es stehen ja Berliner Festspiele an, das heißt wir spielen in den Playoffs, am nächsten Freitag sind wir schon wieder in Berlin und sonntags spielen wir auch in Berlin und dann geht es hier wieder weiter. Das heißt also, man muss auch den Berlinern zeigen, dass man sie schlagen kann und die werden natürlich versuchen jetzt das Spiel noch zu drehen. 16 Punkte ist viel, aber das ist schon möglich auch da wieder reinzukommen und ich hoffe, dass wir einen guten Start in die zweite Halbzeit haben, dann werden wir mal sehen, wie es ausgeht. Aber so oder so, ich erwarte, dass die Mannschaft das Spiel durchkämpft und dass wir eine gute Leistung bringen und dann sehen wir weiter. Wir verlassen mal thematisch jetzt zumindest kurz dieses Top-Four-Turnier und schauen mal in die Zukunft. 2026 findet in Deutschland, in Berlin die FIBA-Weltmeisterschaft im Frauenbasketball statt. Saloui hat sich dafür was auf die Fahne geschrieben, die Initiative 26. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Also wir wollen im Endeffekt Mädchenbasketball hier im Saarland fördern. Es gibt ja im Bereich U16, U18 und auch U14 kaum oder keine U-Mannschaften. Und wir wollen zusammen mit einigen Vereinen, also momentan mit ATSV Saarbrücken und mit dem TUS Enzdorf, wollen wir da im U14, U12, U16 Bereich helfen. Das ist eine Sache im Breitensport, dort arbeiten wir zusammen. Und dann gucken wir, wie wir das hinkriegen. Das Ziel ist, dass möglichst viele Mädchen Basketball spielen im Saarland, breitensportmäßig. Und jeder Verein macht das für sich selbst und die Reuels unterstützen da ein bisschen, wo wir können. Zum Beispiel mit Schulprojekten, zum Beispiel mit Trainerfortbildung, zum Beispiel mit Spielerinnen, die mal ins Training kommen und die Mädchen zum Basketball bringen. Also wirklich breiten Sport aufgestellt. Zusätzlich gründen wir ein Leistungszentrum für Mädchen und zwar im Bereich U18, U20, U22. Da werden die Laura Kneipp und die Marie Simon am Anfang gefördert und noch Mädchen, die sich im Leistungssport orientieren wollen. Die werden aber nicht bei uns spielen. Die Marie Simon schon und die Laura Kneipp, aber es kann zum Beispiel auch ein Mädchen vom anderen Verein kommen. Und die werden dort individuell ausgebildet, wenn sie das wollen. Zusätzlich wollen wir, was wir früher schon gemacht haben, eine WNBL, also eine weibliche Basketball-Bundesliga-Mannschaft installieren. Da sind wir momentan dran. Wir werden eine Jugendtrainerin dafür verpflichten, mit entsprechender Lizenz, die halt diese Mädchen trainiert. Und zwar langfristig gesehen. Das heißt, wenn wir dieses Jahr schaffen, eine Quali zu spielen und dann nicht in die Liga, in den normalen Spielbetrieb kommen würden, würden wir weiter trainieren, würden Freundschaftsspiele machen und würden die Mannschaft entwickeln. Die Trainerin ist dann auch für diese Kooperationsvereine mit zuständig und wird dort auch helfen. Das ist der Plan. Also wir wollen zusätzlich dem saarländischen Basketball anbieten, Initiative und auch Know-how. Ich selbst werde mit meiner Frau eine U12-Mannschaft in Ennsdorf Mädchen trainieren, auch umsonst. Also wir verlangen da kein Geld dafür, sondern wir wollen wirklich für die Mädchen was initiieren. Wenn ich zurückdenke, so zu besten Salö-Royals-Zeiten gab es auch eine wahnsinnig erfolgreiche WNBL-Mannschaft. Die haben deutsche Meistertitel geholt, haben deutsche Pokalsiege geholt. Inwiefern hoffen Sie sich da auch ein gutes Zusammenspiel, dass eine funktionierende WNBL auch wieder eine sehr gut funktionierende Frauenbasketball-Bundesliga macht? Ja, das wollen wir. Wir hätten schon gern, dass sich aus diesem ganzen Bereich mal ein oder zwei, wegen mir auch drei Mädchen aus dem Saarland so entwickeln, dass sie erste Bundesliga spielen können. Die damalige Mannschaft war ja letztendlich, da war Levke Brodersen dabei, waren viele Spielerinnen, die nicht aus dem Saarland kommen, aber die hier trainiert haben. Wir würden das gern halt so entwickeln. Ja, und den Anspruch, mal deutscher Meister zu werden, ja gerne, auch im Jugendbereich. Aber das ist langfristig. Also das kann man nicht irgendwie übers Knie brechen. So ist das auch nicht angedacht. Also wir wollen erstmal richtig in der Breite arbeiten, zusätzlich einige Spielerinnen in der Spitze fördern und hoffen dann, dass das auch Erfolg haben wird. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Levke Brodersen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Inwiefern ist denn geplant, auch Spielerinnen von außen zu holen, wie eben damals auch Levke Brodersen und Kitty Müller? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir sind nicht Berlin, wir sind keine Universitätsstadt. 20 Kilometer weiter ist Frankreich, 30 Kilometer weiter ist Luxemburg danach. Also es ist ein sehr kleiner Einzugsbereich, den wir im Endeffekt haben. Und wenn jemand studieren will, dann ist es auch nicht so einfach. Sie können nach Saarbrücken gehen, sie können nach Trier gehen, aber Mädchen davon zu überzeugen oder junge Frauen hierher zu kommen, hängt viel mit Studium zusammen. Und da hoffen wir, mit Sicherheit wird auch der Landessportverband uns in dem Bereich unterstützen und wir führen Gespräche. Aber mal sehen. Die Initiative 26, also das Zukunftsprojekt hier im saarländischen Frauenbasketball. Fünf Minuten sind es jetzt noch, dann geht die zweite Halbzeit im Spiel Saloui Royals gegen Alba Berlin weiter. Wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder zurück. Vielen Dank. 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 Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Spielstand nach wie vor 29 zu 45 und die Royals mit Destiny Middleton bekommen den Ball und los geht das dritte Viertel. Spieltel. Sehr interessant, was Herrmann Pahr in der Halbzeit bei Katrin Schmidt erzählt hat. Für diese Saison geht es jetzt darum, das würdig und gut zu Ende zu bringen. Denn die Wahrscheinlichkeit, Alba in einem Best-of-Five aus dem Rennen zu nehmen, die ist eher gering. Sie ist nicht unmöglich. Das wäre dann aber schon eine sportliche Überraschung. Oder, Biki, wie siehst du das? Ja, das wäre auf jeden Fall, denke ich, eine Überraschung. Gerade wenn man jetzt sieht, dass der Louis offensichtlich auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Denke ich, dass das in einer Best-of-Five-Serie, dass man vielleicht mal ein Spiel gewinnen kann, denke ich, ist mit Sicherheit möglich. Aber drei sind zu viel, insbesondere, wenn man solche Situationen nicht macht. Würde ich auch eher auf Alba setzen. Aber gespielt muss es erst mal mehr. Da hat er mit dem Kopf am Boden aufgekommen. Stefanie Grigolait, das wäre natürlich ein herber Verlust, wenn die nicht weitermachen könnte. Schauen wir mal. Gut. Sie kriegt das faule Gefiffen, meiner Meinung nach. Jawohl, so ist es auch. Fairer Applaus auch von den Rolls-Fans. Ja, sie wirkt ein bisschen benommen, fasst sich auch an den Kopf, hat Schmerzen. Und bei Dingen dieser Art bin ich immer ängstlich und würde dazu neigen, da erst mal Rücksprache mit dem Trainer zu halten. Um nichts zu sagen, raus auf die Bank. Ich glaube, da kennen sich die Spielerinnen selber gut genug. Ja. Schön zum Kopf gezogen von Spengola. Verkürzt hier auf 31 zu 45. Ballbesitz, Reus. Alba beginnt nervös. Das trotz des Vorsprungs. Schauen wir mal, ob sich das fortsetzt. Destiny Little mit dem Ball vortragen. Was hältst du denn davon, dass die beste Scorerin den Ball bringt? Gut, sie hat ihn dann ja auch schnell weitergepasst. Und Banu macht heute nichts rein. Ja, der Versuch schnell nach vorne zu spielen. Spengola entschuldigt sich auch direkt für den schlechten Pass. Ja, beide noch nicht so ganz in der Halbzeit wieder angekommen. Wieder über Gregorleit. Gleich gedoppelt. Ja, das Foul an Tessa Stamberger, die auch zwei Pfeil dafür bekommt. Das zweite Foul von Banu. Das zweite Foul von Banu. Das zweite Foul von Banu. Beban bei St. Louis. Missverständnis hier zwischen Mandu und Spengola. Ein Ruf für Alba. Sieben Minuten 33 auf der Uhr. Ballbesitz für Alba. Und es steht 31 zu 46. Ich höre, funktioniert die Spielstandsanzeige leider nicht. Wir bitten, das zu entschuldigen. Einfache Punkte wieder für Mulligan. Ganz frei unter dem Korb. 31 zu 48. Knappe zweieinhalb Minuten gespielt. Und der nächste. Schlechte Ball. Nächste Missverständnis. Und wieder weggeworfen. Ja. Regolait mit dem Hangover-Foul. Auch zurechtgepfiffen. Ja. Jetzt geht sie mit hängendem Kopf vom Feld. Mandu wird von der Trainerin getröstet. Aber das waren jetzt natürlich auch fünf Aktionen hintereinander, die unglücklich waren, freundlich formuliert. Dragan, das wird jetzt sein. So, Lütte bringt den Ball wieder nach vorne. Ich bin sehr gespannt, ob sie kommende Saison weitermachen darf in Saloui. Ja, wie die Mannschaft da nächste Saison aussehen soll, das ist, glaube ich, noch die Frage. Mittelfristig müssen mehr Deutsche her, weil das halt die Liga auch vorschreibt. Also schon relativ kurzfristig, vier schon nächste Saison. Ob das allerdings dem deutschen Basketball-Damenbereich gut tut, ist eine Frage, über die man nächtelang diskutieren kann. Das wird die Liga mit Sicherheit kurzfristig erstmal schlechter machen, weil die ganz guten Deutschen immer Auslandspielen. Woher nehmen? Und dann ist es natürlich auch immer eine ökonomische Frage. Die deutschen Spielerinnen, die ja dann ein Argument für sich haben, können dann auch mehr Gehalt verlangen. Und dann auch Spielerinnen aus der zweiten und wieder dieselben einfachen Punkte wie gerade. Das haben wir eben schon von Maldigen gesehen, jetzt von Frigoleit. Oh. Nun ja. Man mag das parteiisch finden, aber ich hätte da auf dem Foulschiff gewartet. Das war offenbar der Ball. Das konnten wir jetzt von hier oben schlecht sehen, das stand direkt nebendran. In der Zeitlupe gerade nochmal die einfachen Punkte von Triebeleit zu sehen. Das kann man besser verteidigen. Wir sind Mitte des dritten Viertels. Das sind alles wieder Einzelaktionen, das haben wir schon öfters gesehen, dann funktioniert es nicht. Das müssen jetzt sichere Punkte sein. Ja. 33 zu 50. Ja, für mich kriegen Sie da nicht in den Griff. In diesem Finale um die Bronze-Medaille, in diesem kleinen Finale um den Top-Four-Pokal der Damenbasketball-Bundesliga. Die überragende Spielerin, Steffi Grigoland. Leider keine Statistik hier. Das wäre auch mal interessant, sich hier anzugucken. Das wäre auch mal interessant, sich hier anzugucken. Ja, da hätte sie auch selber abschließen können. Da war sie eigentlich schon durch, Silvia Pujenjak. An der Stelle wäre es richtig gewesen, es selber zu machen. Und der Dreier von Alba, von Tessa Stamberger. Und das ist die Vorentscheidung endgültig. 20 Punkte, das ist immer so eine magische Grenze. Ja, das Foul von Stamberger jetzt ans Fincola. Das habe ich als Spieler zweimal gesehen, dass ein Spiel noch kippt nach einer 20-Punkte-Differenz-Teil. Und hier natürlich auch in der ersten Liga, dreimal als Reporter, einmal 19 Punkte gedreht, einmal 20, einmal 21. Und jetzt haben wir 21. Ich weiß es nicht, irgendwie so richtig dran glauben möchte ich an der Stelle gerade nicht. Aber zwei Freibürfe verwandelt. Ja, Meiligen verliert den Ball. Und Liddleton. Hat da noch Glück mit dem Ball, den sie wegwirft. Zwei Punkte, and one. Wurde da gedoppelt, blieb mir nichts anderes übrig, als den Ball eigentlich wegzuwerfen. Zwei Punkte für Liddleton und den Bonus-Freibür. Kann alles überragende Spielerinnen hier mit dem Ball gewinnen. Ja, Berlin macht jetzt doch viele einfache Fehler. Ist mir oft ein Tick zu eigensinnig, auch wenn sie hier das Foul provoziert. Und mit etwas Glück wäre da auch noch reingefallen. Ja, ich denke auch an manchen Stellen wäre es da, ja ist immer leicht gesagt von hier oben, aber wäre es da einfacher als Mannschaft vielleicht doch nochmal ein bisschen zusammen zu spielen. Man sieht es ja auch, wenn die Mannschaft als Team zusammen spielt, können sie wirklich jeden schlagen. Und wenn sie nur Ego-Zocken gegen jeden verlieren? Nein, Kopf durch die Wand ist immer keine gute Lösung. Aber natürlich ist es schon wichtig, wenn du eine Spielerin wie Liddleton in deinen Reihen hast, wenn du das richtig nutzen kannst. Super gespielt bis zum Abschluss von Alba. Und da ist wieder Spitzel da und jetzt singt es nur noch Zimmer. Da kommt natürlich die Auszeit von Alba. Und sofort ist die Halle da. Hier springen die Rollensfans auf. Das hätte die Mannschaft vielleicht Ende der ersten Hälfte gebraucht. Ja, jetzt sind es nur noch zwölf Punkte. Das ist ja doch schon nochmal eine andere Nummer als über 20. Und wir begrüßen den nächsten Gast, den Chef der Stadtkanzlei. Herzlich willkommen, David Lindemann. Ja, heute sehr viel Prominenz in der Halle. Nachher zum Finale wird das sicher noch deutlicher. Schon gestern am Halbfinaltag der Präsident des Deutschen Basketballbundes Ingo Weiß in der Halle. Der saarländische Sportminister Reinhold Joost. Und natürlich sehr Basketballbegeistert, obwohl man das für einen ausgewiesenen Fußballexperten ja gar nicht denken würde. Rainer Kallmund, der hier in Saarlouis wohnt, der sehr gerne zu den Basketballfrauen geht als Zaungast. Und sich gestern grün und blau geärgert hat, dass sie den letzten nicht reingeworfen haben. Das kann ich verstehen. Das war für den Blutdruck mit Sicherheit nicht hilfreich. Aber so ist das Spiel. Das ging dir als Spielerin öfter so, weil du eine warst, die man dann gesucht hat, um den entscheidenden letzten Ball zu nehmen. Es ist am Ende des Tages immer noch ein Spiel. Ein Spiel gewinnst du. Manchmal verlierst du es auch. Aber ich denke, was wichtig ist, ist halt einfach, ja, und das ist das, was bei den Royals vielleicht manchmal, ja, durch die vielleicht schwierige Situation im Moment ein bisschen fehlt, ist der Spaß an dem Spiel. Weil am Ende ist es ein Spiel. So, beide Teams haben die Fünffallgrenze erreicht. Und deswegen gibt es jetzt Freiwürfe nach diesem eher unnötigen Foul von Destiny Littleton. Ihr zweites. So, der zweite Freiwurf drin. 13 Punkte Differenz. Und noch 3,41 auf der Uhr. So. Machen wir mal. Ob der Louis seinen kleinen Lauf da fortsetzen kann. Versuch, ein Offensiv-Foul aufzunehmen, das wurde korrekterweise andersherum gepfiffen. Und deswegen, dass Destiny Littleton an der Linie mit der Chance, ihr Team näher heranzubringen. Eigentlich eine gute Freiwurfs-Schützin. Und dann lebt sie 2 daneben. 2 vergibt, das ist sehr selten. Und Ballbesitz Alba. Man sieht es ja an, das gefällt ihr gar nicht. Verständlich. Wechsel nochmal bei Alba. Mulligan raus. Und Nina Rosemeyer. Das ist auch eine Kritik, allerdings auf hohem Niveau an Littleton, dass, wenn das Spiel nicht so läuft, wie sie es, keiner hätte, dass sie sehr schnell die Schultern hängen lässt und die Körpersprache dann so ist, dass überhaupt nichts mehr funktioniert. Das war ein wichtiger Dreier von Lena Golisch, dass er nur da nicht näher herankommen kann. Schön durchgesetzt von Milena Majanowitsch. Noch knapp drei Minuten in dem Viertel. Ja, der war jetzt vielleicht ein bisschen überhastet. Aber den Feuer hat sie getroffen. Ja, das sind nicht die Würfe. Da sollte sie vielleicht besser unterm Korb angespielt werden. Zwei Minuten noch in diesem dritten Spielabschnitt. Schrittfehler. Was ist jetzt? Irgendetwas flog da aufs Spielfeld. Das ist unerwünscht. Ich kann nicht erkennen, was das war. Es waren auch keine Tennisbälle. Nein, Tennisbälle waren es nicht. Ich glaube, es war auch keine Absicht. Offensichtlich hat ein Trommler da irgendwas verloren. Ich hätte einen funktionierenden hier an der Kommentatorposition, aber leider keine Trommel. Kannst du das kurz rüberbringen, damit der Alba-Fan da weitermachen kann? Ja. Ja. Hier in unserer Kommentatorposition lag tatsächlich noch ein Trommelstock aus dem gestrigen Halbfinale. Der wird jetzt den Albas gebracht. Sie lehnen ihn ab, weil es keiner von Ihnen ist. Vielleicht konnte er repariert werden. Weiter geht's. Die Fans sind wieder voll dabei. Super, die machen hier Stimmung in der Halle. Prima. Also, Alba tut dem Damenbasketballbereich richtig gut. Auf jeden Fall. Und es wäre zu wünschen, dass der ein oder andere Männererstligist auch in die weibliche Sparte investiert. Kann der Liga nur gut tun. Man sieht es im Damenfußballbereich im Augenblick. Klar ist klar. Auch wenn das für die Traditionsclubs, wie jetzt beispielsweise Saarlouis 1S oder Marburg oder Nördlingen, dann natürlich schon eine Schwierigkeit mit sich bringt. Das ist eindeutig klar. Natürlich. Ich meine, das Finanzielle ist halt natürlich schon nicht zu vernachlässigen. Aber wenn man professioneller werden will, muss ja auch irgendwo der Schritt in die Richtung mal kommen. Und wenn man das Ganze so aufbaut, dass es dann auch langfristig so bleibt. Ja, so bleibt ein Notwurf von Destiny Little, weil da niemand in der Nähe war, der den Ball hätte übernehmen können. Nicht gut gespielt in der Situation von den Reuters. 1,30 vor dem Ende dieses Spielabschnitts. Weiter mit der Zonenverteidigung bei den Reuters. Damit kommt Berlin nicht ganz so gut zurecht. Aber, ja. Ja, Zonenverteidigung, da kann die Distanzschützenexpertin direkt was dazu sagen. Move the zone, swing the zone ist die eine. Wenn du von außen triffst, ist das natürlich wunderschön zu spielen für jemanden, der gerne von außen wirft. Eklig sind die Tage, wo es nicht so ist. Wo du nichts triffst. Aber es ist ja nicht die einzige Option, die man da hat. So ist es ja nicht. Dann ist ja gut. Außer, warte mal. Swingola zum Korb. Ah, leider. Irgendwo im Hinterköpfchen des Altreporters ist da noch ein Spiel in Bonn. Auch das kommt vor. Es ist ein Spiel. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Der Ball bleibt bei Alba. Spielt sich da uneins ausnahmsweise? Ja, haben wir hier. Aber auch hoffentlich keine schlimmere Verletzung. Bei Alba, bei Theresa Simon. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Das will keiner sehen. Das ist halt das Problem. Auch mit diesem Spiel um die Bronzemedaille. Klar sind die Mannschaften in der Stadt. Klar müssen sie übernachten, weil man ja nicht weiß, wie es Halbfinale ausgeht. Aber ob man ein Spiel um Platz 3 austragen muss wirklich. Oder ob man die Verlierer nicht alle mit der Bronzemedaille ausstattet, wie das in anderen Sportarten üben. Ja, im Herrenbereich wird es ja auch nicht ausgetragen, das Spiel um Platz 3. Und je nach Spielertyp willst du es eigentlich auch gar nicht. Bist du so enttäuscht, dass du nicht ins Finale kommst? Ja, du musst dich schon dann auch wieder. Genau, ich meine, eigentlich ist das Finale das Ziel. Du musst dich da dann schon wieder aufrappeln für den nächsten Tag. Das auf jeden Fall. Das sind beide Mannschaften mit der Zonenverteidigung. Schön durchgezogen von Monika Natsch. Ja, das ist die andere Situation. Erfolgreich ziehen. Penetration-Game oder eben aus der Distanz treffen. Letzten 10 Sekunden in diesem Viertel. Alba nochmal mit der Chance. Kann das ausspielen, macht es auch. Dreierversuch an den Ring. Und das ist zu Ende. Ja, da sind es noch 12 Punkte. Ich würde sagen, möglich ist das auf jeden Fall. Ja. Salui gewinnt das dritte Viertel mit vier. Stimmung in der Halle gut. Muss man sagen. Ja, jetzt sind auch die Salui-Fans wieder mehr dabei. 600 Zuschauer, schätze ich jetzt mal mittlerweile. Halle gut gefüllt. Wird nachher zum Endspiel sicher nah an ausverkauft sein. Was ja auch eine würdige Kulisse ist. Wir hören gerade von unseren Kollegen unten am Feld, dass die verletzte Spielerin Simon bei Alba wieder da ist. Spiel steht wieder. Ich sehe sie auch gerade. Sie hat sich am Fuß wehgetan und versucht das jetzt ein bisschen auszuschütteln sozusagen. Ja, da ist sie. Das ist die Eis, der Eisbeutel dazu. Das wäre schön, wenn nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, das wäre in so einem Spiel um Platz drei jetzt wirklich sehr ärgerlich. Zumal es ja nächstes Wochenende dann schon weiter geht. Ja, richtig hart erwischt hat es gestern die Royals-Centerin. 1,93 groß, die fehlt heute natürlich an allen Ecken. Ja, Mariko Sturkova ist da umgeknickt, ganz übel. Nach fünf Minuten, in den ersten fünf Minuten. Ja, hat sehr gut gespielt in den ersten fünf Minuten. Hat er gestern auch wirklich gefehlt. Hat das Spiel sehr, sehr gut angefangen. Aber das sah gar nicht gut aus. Sitzt auch da unten, aber das sieht immer noch nicht sehr gut aus. Ja. Ja, das war dann etwas zu aggressiv. Zweites persönliches Foul. Von Melina Mayer. Von Milina Mayer. Der Dreier darf nicht fallen. Der fällt. Der sitzt. Lucy Reus. Das war dann auch mit seinem sehr guten Zu. Sehr guter Zeitpunkt, dass Louis da nicht näher rankommen kann. Littleton übernimmt das direkt wieder, das Foul. Viertes Foul, Berlin mit deutlich mehr Fouls natürlich, aber auch mit einer viel tieferen Bank. Der dritte Freiburg, den Littleton vergibt, das ist sehr ungewöhnlich. Müdigkeit. Er ärgert sich auch. Möglich. Früher hat man gesagt, der Schuss kommt aus dem Oberschenkel. Das habe ich in der Saison allerdings noch kein einziges Mal erlebt, dass sie vier hintereinander daneben legt. Ja, das war dann der Ärger. Hat sich gelohnt. Wilde Partie jetzt. Lebt halt von den Emotionen. Kein gutes Basketballspiel. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Nee, das kann man mit Sicherheit, aber schöner Stil, einfache Punkte von Lena Golisch. Kommt die Auszeit. Sofort Auszeit, um da überhaupt noch eine Chance zu haben, vielleicht nochmal ranzukommen, aber das sieht natürlich nicht so gut aus. Gut, Jeline Penn fehlt den Royals natürlich auch, auch verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was sie hat. Wie schlimm, kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber fehlt auf jeden Fall heute auch. Da steht sie. Genau. Die US-Amerikanerin hinter Dragana Svitlitzer. Sehr ruhig. Das habe ich jetzt gerade auch gedacht. Das ist für ihre Verhältnisse sehr ruhig. Da gab es auch schon andere Auszeiten, dass sich das anders angehört hat. Vielleicht weiß sie, dass das Team so müde ist, dass Schreien jetzt auch nichts hilft. Sie war eine überragende Spielerin selbst. Glaubst du, das ist ein Problem für eine Trainerin? Dass wenn sie selber das Gefühl hat, die Situation kann ich besser lösen auf dem Feld, dass sie sich sozusagen innerlich lieber selbst einwechseln würde? Vielleicht vor allen Dingen, wenn es noch nicht so lange her ist, dass du selber das letzte Mal gespielt hast. Vielleicht fühlt sich das dann wirklich so an, als müsstest du da jetzt selber eingreifen. Aber ich glaube, das ist dann das, was du halt wirklich dann trennen musst, wenn du dann als Trainer anfängst. Sehr schön. Schön durchgesetzt. Ja, dass du dann halt eben auch wirklich mit deiner Spieler damit abschließt, dass du eigentlich Spieler bist, sondern an eine andere Position innere hast. Kann man ja trotzdem noch temperamentvoll mitcoachen. Und jetzt ist es vorbei, sage ich einfach mal so. Dafür ist nicht mehr genug Zeit auf der Uhr. 18 Punkte vorschlägen. Ja, Berlin hat auch immer eine Antwort. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass die Rolls da rankämen. Direkt gekontert durch eine sehr gute Alba-Aktion. Die Nummer 8 mit dem herzlichen Frau, dein lieber Höfermann. Da ist Höfermann. Zurecht vielleicht ein bisschen unzufrieden, dass da von allen Seiten ein bisschen gekämpft wird. Aber weiter geht's. Ein Wurf war jetzt. Sehr viele Wechselmöglichkeiten hat es Wittlitzer halt schlicht. Ja, nur Wittlitzer 1 gegen 1. Das ist halt vielleicht nicht die beste Entscheidung, dann den Wurf von außen zu nehmen. Hat sie jetzt zweimal versucht, sollte sie sein lassen. Die Rolls-Zeitel, wenn ich es richtig sehe, mit einer 8er-Rotation, das ist halt doch sehr wenig auf diesem Niveau. Und für mich, ich wiederhole mich, die beste Spielerin, auch wenn ihr da jetzt die Aktion missglückt, der letzten Wochen. Auf jeden Fall Spingola. Was es da auch wirklich nicht zu schade ist, wirklich überall hinzugehen, wo es wirklich auch wehtut. Auch die, ich nenne es mal, Drecksarbeit zu machen, sich da wirklich reinzuhängen. Ganz freier Wurf. Ah, der Rebound bei Alba. Ja, so eine gewisse Müdigkeit, würde ich sagen, lässt sich da nicht verheimlichen. Bei beiden jetzt, wo noch sieben Minuten auf der Uhr sind, auch verständlich. Ja, da hat Alba jetzt auch geschlafen. Oh, ein sauberer Block. Den schauen wir uns gerne in der Zeitlupe an, ob er wirklich sauber war. Beschwert sich niemand, also gehe ich mal davon aus. Wobei es ja auch nicht der Typ ist, der sich darüber beschwert, was ich auch sehr gut finde und was ich auch sehr gerne sehe, muss ich ehrlich sagen. Die macht es einfach weiter, du kannst es sowieso nicht mehr ändern. Ja, und das schien sich dann Pfiff zurücknehmen, sehr selten, sehr, sehr selten. So, Majanovic raus. Badu wieder auf dem Feld. Badu wieder auf dem Feld. Nina Rosemeyer raus. Badu mit zwei Freiwürfen. Badu und inqugrund. Badu mit zwei Freiwürfen. Badu mit zwei Freiwürfen. Noch 3, 2 Sekunden den Wurf muss sie nehmen. Frau Grigolait steht gefühlt allerdings jetzt schon 15 Sekunden in der Zone. Der schnelle Dreier von Littleton. Ah, Rebound, Beinat, zweite Chance und Bandou macht ihn. And one mit Foul, den Ball noch rein. 53, 67, Bandou geht an die Freiburflinie. Grigolait, drittes Foul. Das sollte kein Problem sein für die überragende Spielerin dieser Partie aus meiner Sicht. Sechs Minuten, nee, das ist alles vollkommen im Plan. Freibur vergeben. Zu viele Freiburflinie liegen gelassen, eindeutig die Rolls. Wenn wir das mal zusammenzählen, acht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann steht es 61, 67. Gute Idee, schlechte Ausführung. Ja, schön gespielt. Haben wir sie gerade gelobt. Auch so einfach kann man gegen die Zone spielen. Nicht nur von außen. Genau. Ah, schlechter Pass. Das war zu offensichtlich. Bandou neben sich heute. Und gleich der Fast-Rick. Keine gute Leistung der Französin. Das kann sie deutlich besser. So, wechsel nochmal bei Alba. Tessa Stamberger kommt aufs Feld. Da war ja schon die Mama eine Basketballberühmtheit. Ja. Hat auch schon, also den Namen, ist auf jeden Fall bekannt in der Basketballszene. Von außen jetzt Spingola auch vergeben. Mutter war kanadische Nationalspielerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Ja, ich glaube, du hast das ganz gut recherchiert. Zu leicht. Die Quintessenz unter die Defensivleistung der Rolls am heutigen Nachmittag. Zu leicht. Das war zu einfach. Jetzt mal gespannt. Ob vielleicht. Hier auch Laura Kneipp, die Nachwuchsspielerin der Rolls, dann noch Einsatzzeit bekommt, wenn es dann so deutlich bleibt und die Zeit noch ein bisschen runtergelaufen ist. 18 Punkte in 4 Minuten 58 aufzuholen, ist eher unmöglich. Allerdings hat diese Halle schon alle möglichen Aufholjagden gesehen, nur nicht von dieser Mannschaft. Als hätte sie es gehört. Ja. Aber Alba spielt das natürlich schön aus. Nochmal drei Punkte. Die Alba-Fans feiern es. Die haben ihren Spaß hier neben uns. Ihr Team gewinnt die Bronze-Medaille. Es ist sehr ruhig geworden. Es ist vielleicht tatsächlich das, was du vorhin angedeutet hast. Die Frage der Identifikation mit der Mannschaft. Das war zu deiner Zeit ganz anders. Da kannte jeder auf der Tribüne jede Spielerin. Man war quasi befreundet. Ja, das war dann auch eine Mannschaft, die lange zusammengeblieben ist im Kern. Natürlich wechseln es in einzelne Positionen immer. Das ist vollkommen normal und auch notwendig. Aber so ein Kern, der dann doch eine Zeit lang zusammenbleibt. Und die Mannschaft, die dann in die erste Bundesliga aufstieg, als erste saarländische überhaupt, die bestand ja auch zu großen Teilen aus saarländischen Spielerinnen. Die ist damals aus einer Oberliga-Mannschaft, ja, tatsächlich mit jedem Jahr einem Aufstieg mehr in vier Jahren dann zu einer Erstliga-Mannschaft geworden. Wieder Krikulat mit dem Rebound. Und am Ende des Tages? Im Endeffekt ist es das, was Berlin jetzt dann auch aufgebaut hat. Auf einem anderen Niveau natürlich, aber es ist der richtige Weg. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Natürlich kann man das nicht vergleichen. Es ist einfach eine andere Zeit. Aber es ist auch einfach eine ganz andere Zusammensetzung. Das Saarland hat eine Million Einwohner in etwa insgesamt. Das sieht in Berlin ganz anders aus. Und dann die erfolgreichste Mannschaft aller Zeiten mit René Spandau und Mariusz Czolca auf der Trainerbank. Da spielten dann Stina Barnard beispielsweise, Levko Brodersen, Romy Bär, Petra Manjakova und aus dem Saarland eine der neben dir besten Spielerinnen aller Zeiten, Isa Contes. Ja. Und das waren halt alles Leute. Das waren halt dann auch ein paar sehr erfolgreiche Jahre, das ist richtig. Die ausgewechselt und eingewechselt wurden, da gab es Standing Ovations von den Fans. Hier nochmal. Gut, das ist natürlich auch immer, das hat man ja eben auch im Interview gehört. Ich meine, wenn du erfolgreich spielst, dann wird das auch irgendwann so ein bisschen dann eher ein Selbstläufer. Wenn es gerade nicht so läuft, dann ist der Wurm auch drin. Das ist jetzt kein Geheimnis. Deswegen waren das ja auch dann ein paar erfolgreiche Jahre, die dann irgendwann ja aber doch auch mal mit einem Jahr Abstieg geendet haben. Da könnte ich ja sagen, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Also, da gab es natürlich für einzelnen Teilen dermaßen Querelen nach den größten Erfolgen. Da haben wir da gar keine Schuldzuweisungen betreiben. Das ist auch für heute nicht das Thema. Aber dem Basketball im Saarland hat das nicht gut getan, um es mal so zu sagen. Der Basketball im Saarland wird nur möglich sein, zusammen. Dafür ist das Saarland einfach zu klein, hat zu wenig Einwohner. Da ist ein Gegeneinander mit Sicherheit nicht hilfreich. Und der Weg dahin, dass alle zusammenarbeiten, der ist noch weit. Ja, der ist auf jeden Fall schwierig. Ich möchte das jetzt an der Stelle gar nicht beurteilen müssen. Aber ich würde sagen, es ist der einzige Weg, der langfristig erfolgreich sein kann. Noch mal der Dreier von Spingola. Und dann sind 63 Punkte auf der Uhr. Ja, versuchen da noch mal aggressiv zu verteidigen. Vor zweieinhalb Minuten ist natürlich nicht mehr lange. Ja, jetzt hat es an Du noch wehgetan. Habe ich jetzt nicht gesehen, was da passiert ist. Ist auch abseits von unseren Kamerabildern leider. Aber es sieht jetzt auch nicht so gut aus. Hoffen wir, dass da nichts schlimmer aus passiert ist. Sie steht wieder auf. Fairer Applaus. Auch von den Alba-Fans. Ja, die Alba-Fans, die gefallen mir hier super. Grüße nach Berlin. Das macht hier richtig Stimmung. Das ist schon richtig schön. Wir wiederholen uns. Wir hätten das natürlich gerne als großes Finale gesehen, ohne Nördlingen oder Hannover zu nahe treten zu wollen. Aber aus saarländischer Sicht, nach 14 Jahren wieder die Chance auf den Titel. Es wäre eine Silbermedaille geworden. Ich glaube, das darf man so sagen. Wäre natürlich schön gewesen, das Duell Alba gegen Royals. Kannst du ja noch mindestens dreimal sehen. Vielleicht fünfmal. Ja. In den nächsten zwei Wochen. In den Playoffs kommt es wieder dazu. Und nach dem, was wir da heute gesehen haben, wäre alles andere als ein Weiterkommen von Alba eine sportliche Mini-Sensation. Ja, vor allem jetzt erstmal zweimal auswärts in Berlin. Da ist die Halle auf jeden Fall dann auch wieder voll. Da ist die Stimmung ja dann auch immer super. Das macht richtig Spaß dann. Ja, nochmal der Ball gewinnen. Ja, Littln vergibt. Wieder der Ball bei Alba. Ja, da das Foul. Ein bisschen auch aus Frust vielleicht. Unnötig. Bei dem Spielstand. Alle stehen wieder. 65, 78. Der Spielstand. Eine Minute und 33 noch. In diesem Bronzen-Medaillen-Match, das Alba Berlin für sich entscheiden wird. Ja, der ganz freie Dreier. Also die Rolls verlieren dieses Spiel im zweiten Viertel. So viel kann man schon mal bilanzieren. Ja, hier Monika Natsch noch einmal zum Korb. Wird gefoult. Kriegt noch die Freiburg. Ein bisschen unglücklich natürlich unterwegs. Die eine oder andere offensive Aktion. Waren viele Fehler dabei. Einfache Fehler teilweise. Ich denke, eine gewisse Müdigkeit ist da mit Sicherheit auch dabei. Klar, das Verletzungspech kommt obendrauf. Es fehlen heute zwei Spielerinnen, die wirklich wichtig gewesen wären. Kann du mit einem Raben schwarzen Tag. Das auch noch. Kommt auch mal vor. Kein essentieller Vorwurf. Aber war so. Kommt vor. Letzte Minute. Läuft. So, noch einmal. Der Wechsel. Ja, und das ist dann halt schade. Da ist die junge deutsche Spielerin. Gole ist schon noch mal rein. Blauer Kneipp scheint keine Einsatzzeit mehr zu bekommen bei den Royals, wie es im Moment aussieht. Hätte man vielleicht auch noch machen können. Reaktion von Littleton wieder typisch, sage ich mal. Mit Sicherheit ist jetzt noch eine halbe Minute. Ist mit Sicherheit auch ziemlich angefressen, weil ich gut verstehen kann. Gleich der nächste böse Turnover. Und Alba, das muss man fairerweise sagen, hat ja auch viele Chancen liegen lassen. Ja, noch einmal schön nach Fassbrick. Sonst wäre das Ergebnis unter Umständen noch viel deutlicher gewesen. Ja, die letzten 10 Sekunden, das Spiel ist durch. So, Standing Ovations für beide Teams. Das ist eine faire Geste. 3-2-1, letzter Schiss. Der Spielstand bleibt, wie er ist. 69 zu 83. Relativ klar für Alba. Und verdient für Alba. Herzchen Glückwunsch an den dritten Platz. Nach Berlin. Kann man sich nur anschließen, die Taktik, das Tempo hochzuhalten, durchzuwechseln, die einfachen Punkte zu machen, ist voll aufgegangen, auch wenn sie dies und das unterwegs liegen ließen. Und zum zweiten Mal an diesem Wochenende müssen die Rolls fair ihren Gegner zum Sieg gratulieren. Die Saarländerinnen, wenn man so will, guter Gastgeber beim eigenen Turnier Vierter geworden. So kann man es auch sehen, ob das unbedingt so gedacht war, weiß ich nicht. Ganz sicher nicht. Jetzt heißt es sich wieder aufrappeln. Es geht nächstes Wochenende schon wieder weiter. Ja, Mannschaft versammelt sich am Mittelkreis. Da sieht man gerade mal hier, dass Luka war an den Krücken. Geht davon aus, dass die diese Saison nicht mehr spielt. So aussetzt, genau. Das wird wohl diese Saison, wie es aussieht, dann leider nichts mehr für sie. Schade. Gestern wird es sehr gut angefangen. Wäre auch wichtig. Was mit Jalen Penn ist, kann ich nicht sagen. Aber so ist der Kader natürlich dann immer kleiner. Das sind die Alba-Fans, die sich freuen. Die Alba-Fans, die sich freuen. Super, die haben ja auch super Stimmung gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Feiern jetzt hier auf ihrer Mannschaft. Ja, das ist hier Tradition in der Stadtgartenhalle. Man schreibt Autogramme, man geht. Man geht noch. Genau. An den Fans vorbei. Während Alba hier am Feiern ist. Zurecht und verdient. Und das Abklatsch gehört dazu auch, wenn die Fans sich sicher an diesem Wochenende was anderes erhofft und erwünscht haben. Auf jeden Fall. Jetzt geht es aber weiter hinter der Mannschaft stehen. Die Saison ist noch nicht vorbei. Die Saison ist noch nicht vorbei. Jetzt heißt es aufrappeln. Alba jetzt natürlich mit den besseren Voraussetzungen. Und wir geben ab zu Katrin, die hat Dragana Svitlitzar. Bitte schön. Ja, dass der Endstand 69 zu 83 ist. Und es ist das erste Mal, dass die Saloui Royals hier zu Hause keine Medaille im Top 4 Turnier holen. Dragana, es ist die erste Loss für Sie in der gesamten DBL Top 4 Tournament history. Hier in Saloui. Wie fühlst du jetzt? Ich habe dich von Anfang an gehört. Entschuldigung, bitte. Kannst du meine Frage wiederholen? Es ist die erste Loss in der gesamten Saloui-Historie, dass sie nicht nur die Semi-Finale verloren haben, aber auch die DBL Top 4 auf 3. Wie fühlst du jetzt über die Loss? Es war ein sehr schweres Spiel für heute gegen Alba. Aber es ist eine sehr gute Team und wir versucht, zu kämpfen bis zum Ende. Wir hatten Probleme mit den Injüren. Die zwei Spieler waren nicht able zu spielen heute. Und die dritte Spieler, während der Spiel, sie auch nicht spielen können. Und wir hatten ein paar Spieler mehr, hatten noch ein paar Probleme. Dann bin ich wirklich stolz auf sie, dass sie das Spiel kämpfen wollten. Und dass sie ihre Besten geben wollten, bis zum Ende. Ich werde es kurz übersetzen. Sie sagt, sie ist nicht enttäuscht. Sie ist sogar ein bisschen stolz auf das Team, weil die haben bis zum Ende gekämpft, obwohl das ganze Team von Verletzungen geplagt ist. Dragana, zwei Spiele in zwei Tagen. Es war wirklich schwer. Ist die Team nicht gut genug in Form zu spielen? Wie ich schon gesagt habe, wir hatten die Krankheiten, und wir hatten die letzten paar Wochen Krankheiten und Probleme mit der Krankheit von einigen Spielern. Das kostet uns viel. Es 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 kostet uns heute und gestern. Aber wir versuchen, unser Maximum zu geben. Danke sehr. Ja, sie hat wieder gesagt, es waren eben super viele Verletzungen. Deswegen ist das Team nicht in ganz so guter Verfassung wie sonst. Und wir sprechen gleich noch ganz kurz mit dem Co-Trainer Andreas Edelblut. Gehen wir aber noch mal ganz kurz nach oben zu Georg Gitzinger und Biggie Weiler. Ja, kurz zusammengefasst ist das natürlich. Man hat Dragana Svitlitzer die Enttäuschung angemerkt. Sie sprach von körperlichen Problemen, Krankheitsproblemen, die die Spiele in der letzten Phase der Saison gekostet haben. Und dann eben auch die beiden Spiele heute und gestern. Ja, das macht natürlich auch schon einen Unterschied, ob du, nicht nur, dass dir die Spieler im Spiel jetzt fehlen, die Verletzten, aber auch im Training, ob du halt eben fünf gegen fünf trainieren kannst oder ob du halt eben da durch Krankheitenverletzungen, wie auch immer, immer irgendwie auf eine Notlösung zurückgreifen musst. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Ja, das ist schade für die Royals. Alba feiert zu Recht. Wir geben noch mal zu Katrin. Bei mir steht jetzt der Co-Trainer von den Saloui Royals, Andreas Edelblut. Kurz der Transparent halber. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir bleiben nämlich beim Du. Andreas, ja, das Team, Dragan hat es eben gesagt, ist ziemlich enttäuscht. Zwei Spiele in zwei Tagen. Das gab es tatsächlich noch nie, dass die Royals hier zu Hause dann auch beim Top-4-Team, äh, Top-4-Turnier verloren haben. Wenn du dir die Spielerinnen jetzt so anguckst, wie enttäuscht sind die? Ja, schon sehr. Also wir hatten gehofft, dass wir halt gerade auf Nördlingen als ehestes schlagen könnten. Und, äh, gestern der Tag hat uns dann auch mit den Verletzungen sehr mitgenommen. Ähm, sie waren heute auch schon nicht so toll in die Halle gekommen. Wir hatten große Probleme, sie halt wieder aufzubauen. Und, äh, im zweiten Viertel hat man es halt gemerkt. Wir haben etwas den Fokus verloren und auch das Spiel. Wir haben unsere Energie aus dem ersten Viertel dann in der zweiten Halbzeit zurückgewonnen. Auch die Halbzeit dann gewonnen. Hat am Ende leider nicht ganz gereicht. Und, äh, wir hoffen, dass wir jetzt die Mannschaft halt für Berlin, die wir in den Playoffs ja nächste Woche wieder zweimal spielen müssen, in drei Tagen aber dann wieder aufbauen können. Und, dass wir dann da wenigstens einen Sieg holen und uns gut präsentieren. Ja, in Berlin wartet dann wahrscheinlich ein richtiger Hexenkessel auf euch. Die Halle dort eigentlich immer ausverkauft. Hier war das heute nicht der Fall. Wir kennen das anders aus vergangenen Jahren, ähm, hier aus der Stadtgartenhalle. Da war eigentlich die ganze Halle auf Seiten der Royals. Und dieses Mal oder heute waren fast die Alba-Fans lauter als die eigenen Fans. Wo ist da gerade so ein bisschen das Problem? Ähm, wir sind diesmal als Underdog eher ins Topf vorgegangen. Wir hatten halt jetzt als Tabellenachter etwas Startschwierigkeiten gehabt, in die Saison überhaupt reinzukommen. Es wurden halt einige Spielerinnen ausgetauscht. Zwei Spielerinnen haben uns verlassen auf eigenen Wunsch hin. Und, äh, auch mit Dragana kam jetzt eine neue Trainerin. Wir haben ein bisschen unseren Flow zurückgewonnen. Wir haben Spiele gewonnen. Sind auch dann am Schluss in die Playoffs reingekommen. Ist natürlich ein Unterschied, wenn man zurückdenkt, vor zehn Jahren 2014 sind wir als Tabellenführer ungeschlagener in die Playoffs ins Topf vorgegangen und haben das dann auch dominiert. Und, äh, da war halt auch im Vorfeld eine ganz andere Stimmung von den Fans her. Äh, da haben wir halt diesmal viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, auch bei den Sponsoren und allem. Und, äh, wir haben es auf die Beine stellen können. Wir sind froh. Es waren viele Fans da gewesen. Aber halt, äh, um halt die Halle wieder ausverkauft zu bekommen, müssen wir dann doch nochmal ein bisschen, äh, uns ändern und, äh, nochmal weiter hervorbringen, sodass wir dann halt wieder an unsere alten Zeiten anknüpfen können. Dann, äh, bin ich mal gespannt, ob das wieder passt. Vielen Dank, Andreas Edelblut. Und ich gebe nochmal ab nach oben zu Berg. Und wir schauen auf die feiernden Albers. Die Albers. Die Albers. Die Mannschaft ist hochgegangen. Super Bild, Biggie, ne? Ja, super, finde ich klasse. Es sind ja auch unglaublich viele mitgereiste Fans. Ähm, ich mein, Berlin ist ja doch nicht gerade um die Ecke. Ja. Also, absolut klasse. Ist auch für die dann wirklich zu wünschen, dass sie da jetzt ein schönes Wochenende hatten. Most valuable player des Tages. Steffi Grigolait mittendrin. Ja, äh, wunderbare Bilder. So schön kann Damm-Bastelball sein. Und wir hören die ersten Stimmen, äh, von Alba. Theresa Simon. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur ersten Medaille, zum ersten Edelmetall in der Erstliga. Ja, jungen Erstliga-Geschichte von Alba Berlin. Vielen Dank. Ja, es war, ähm, aufregendes Wochenende, ähm, harter Kampf. Also, die beiden Spiele ist auch immer, ja, eine hohe Belastung, zwei Spieler am Wochenende zu spielen. So hintereinander. Aber ich bin froh, dass wir jetzt einen Titel geholt haben. Ja, ihr habt vorher, äh, gesagt, ähm, so ein paar Medaillen haben wir. Jetzt fehlt noch die Hardware. Die Hardware ist jetzt ein bisschen kleiner ausgefallen, als das, was ihr euch eigentlich gewünscht hättet. Ähm, wie enttäuscht seid ihr? Ja, gestern war die Enttäuschung schon echt groß, ähm, weil wir einfach, ja, wir haben ja auch kein gutes Spiel abgeliefert, ähm, aber ich glaube, das, das konnten wir dann gut abhaken und dann mit einem freien, äh, Gefühl jetzt in das, in das Spiel gehen um Platz 3. Und haben auch eine gute Leistung gebracht, dass wir auch, ähm, stolz sind jetzt diesen, diesen Sieg zu holen. Ja, nächste Woche geht's ja direkt weiter und auch, äh, direkt hier, ähm, ähm, gegen Saloui, aber bei euch zu Hause. Wie viel Aufwind gibt jetzt dieser, äh, dieser Sieg für die Playoffs? Ja, auf jeden Fall, also ich meine, es ist schon mal, äh, ein gutes Zeichen, aber jedes Spiel ist anders. Also, egal ob, klar, Heimvorteil ist immer, ist immer gut, ähm, aber es ist auch viel tagesabhängig, wie wir uns vorbereiten, ähm, aber wir werden jetzt das Spiel analysieren, uns vorbereiten und dann, äh, auf jeden Fall Vollgas geben. Ähm, äh, für Sie persönlich gibt's ja noch ein sehr großes Highlight, auch in diesem Jahr. Die deutsche Nationalmannschaft, in der Sie ja spielen, ähm, hat sich zum aller, allerersten Mal für die Olympischen, äh, Spiele qualifiziert. Wie sehr ist das immer im Hinterkopf im Training, in jedem Ball, in dem, den Sie werfen, dass dieser riesengroße Traum, der ja jetzt in Brasilien wahr geworden ist, auch wirklich in Erfüllung geht? Ja, es war eine unglaubliche Erfahrung, ähm, ähm, also total krasses Erlebnis, ähm, ähm, und, äh, ja, also es, äh, ich war total überwältigt, ähm, und natürlich habe ich die Motivation irgendwie mitgenommen und dieses ganze, dieses ganze Gefühl, dieses, dieses, ja, diese, diese Freude, ähm, aber jetzt sind wir halt wieder bei Alba Berlin, oder ich bin wieder bei Alba Berlin und fokussiere mich halt auf mein Team, weil das natürlich schon zwei verschiedene Dinge sind, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, möchte ich jetzt mit meinem Team Vollgas geben und, äh, mich auf die Playoffs vorbereiten. Jetzt noch allerletzte wichtige Frage, Sie hatten ein kleines Problemchen, äh, am Fuß haben sich ganz leicht verletzt während des Spiels. Alles okay, Sie stehen hier recht aufrecht. Ja, es war mein Knie, es war nur Knie an Knie, also es ist nicht, zum Glück nicht so schlimm, also sollte klappen für die Playoffs. Dann jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch zur Bronze-Medaille im Top-4-Turnier und im DBBL-Pokal. Vielen Dank, Theresa Simon. Dankeschön. Ja, und, äh, wir verabschieden uns jetzt erstmal um 16 Uhr, kurz vor 16 Uhr melden wir uns zurück zum großen Finale, dann um den DBBL-Pokal. Es geht Nördlingen gegen Hannover. Der Titelverteidiger Hannover gegen Nördlingen, die seit 2011 mal wieder im Finale stehen. Wir sehen uns gleich wieder und ich sage bis dahin erstmal Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Um diesen Pokal geht es jetzt! Den wollen Sie haben! Die Luchse aus Hannover und auch die Angels, die Engel aus Nördling. Das große Finale im DBBL-Pokal. Wer kriegt den allerersten Titel der laufenden DBBL-Basketball-Saison? Das ist jetzt die große Frage. Mussten die Nördlingerinnen gestern gegen die Royals zu viele Körner lassen in einem wahnsinnig spannenden Spiel, das erst ganz zum Schluss gewonnen werden konnte? Und konnte sich Hannover fast schon schonen gestern im Halbfinale gegen Alba Berlin? Die Antwort gibt es jetzt für Sie im großen Finale um diesen Pokal mit Georg Gitzinger und Biggie Weiler. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen auch von uns hier aus der Kommentatorbox. Normalerweise ist das der Platz des Hallen-Handball-Hallensprechers. Wenn hier die HG Saloui spielt, und die spielen ja im Moment sehr erfolgreich am Wochenende, gerade wieder mal das Spitzenspiel gegen Hochdorf gewonnen. Also normal ist das eine Handball- und eine Basketball-Hochburg hier, die Stadtgartenhalle in Saloui. Wir haben noch 3 Minuten 50, bis das Spiel beginnt. Biggie, wie ist deine Einschätzung? Ja gut, wenn man jetzt die Spiele gestern sieht, war das ja eine ganz eindeutige Sache für Hannover im Halbfinale. So klar, wie es eigentlich kaum einer erwartet hat, würde ich sagen. Ich denke, da hat jeder ein engeres Spiel erwartet. Eigentlich sogar ein Sieg für Alba Berlin. Oder das auf jeden Fall. Ja, kann man schon fast sagen, sie konnten sich schonen. Fragezeichen. Während Nördling natürlich da die ganz enge Kiste gegen Saloui hatte, bis ganz zum Schluss. Ja, ob das jetzt den Unterschied macht, werden wir sehen. Ja, Hannover spielt halt natürlich relativ hart. Keine Ahnung, wie gut das den Nördlingern liegt. Aber wenn man die Ergebnisse sieht, sie konnten ja schon gegen Hannover gewinnen, aber auch hoch verlieren. Also, ja, ich würde sagen, es ist alles drin. Ja, Nördlingen hat gestern gegen Saloui mit einer Achterrotation gespielt. Auch da könnte die etwas tiefere Bank der Hannover-Luchse eine Rolle spielen. Ja. Da, guck mal. Ja, hier, genau. Gute Bekannte, sozusagen. Gute Bekannte, genau. Anna Löffler, die Tochter von Tina Löffler, geborene Lenerts. Und die älteren Basketball-Fans werden Sie sicher noch kennen. Hier sitzt die Oma. Genau. Hallo, Annemie. Oben drüber in der Reihe. Ja, oben drüber, genau. Oben drüber in der Reihe. Im schwarzen T-Shirt. Im schwarzen T-Shirt. Sich unterhalten. Genau, das ist die Mama von der Anna. Aus Wallerfangen. Aus Wallerfangen, genau. Jetzt inzwischen die ganze Familie in Nördlingen heimisch. Ja, noch eine Mannschaftsgelegung von damals. Inzwischen, ja, die Gode von einem meiner Söhne. Also, wir haben da auch noch ganz guten Kontakt. Ja, und die Anna Löffler, die Tochter, ist 16 Jahre jung und schon fest in der Bundesliga-Mannschaft. Ja, kriegt auch regelmäßig Einsatzzeiten. Macht das auch absolut super. Das ist eigentlich, ja, eigentlich der perfekte Weg, wie man die jungen Spielerinnen da ranführen kann. Ja. Braucht natürlich entsprechend die Talente. Auf der anderen Seite, ganz interessante Figur, die Trainerin Sydney Parsons. Da ist sie. Energiebündel und immer auch modisch absolut führend. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass du da gerne hinschaust. Ja, ja, immer auch in hohen Schuhen, wo ich sagen muss, das wäre jetzt nicht meine Sache, da drin zu coachen. Aber sie macht das offensichtlich so gerne. Heute hat sie die 4-Zentimeter-Absätze gewählt. Deutsch-Amerikanerin, deutsche Mutter, aus Arizona stammend. Also nicht die Mutter, sondern die Familie des Vaters. Sie spielte in Australien, sie spielte in Deutschland, ganz erfolgreich in Chemnitz, in Nördlingen und zum Schluss in Keltern. Und ist jetzt auch die Co-Trainerin des deutschen Nationalteams. Und war als Spielerin in Energiebündel. Und ist es als Trainerin auch, das werden wir gleich auch bestimmt an der Seitenlinie sehen. Das ist niemand, der da wirklich ruhig irgendwo auf dem Stuhl sitzt. Und das ist Mathis Roslapa, der Chefcoach auf der anderen Seite. Auch ein ganz interessanter Typ. Der lettische Nationaltrainer. Und der hat eine Lettin aus der Nationalmannschaft mit nach Nördlingen gebracht. Ganz ruhig normalerweise. Sehr konzentriert an der Seite. Aber im Halbfinale gegen die San Luisa an einer Stelle mal richtig aus der Hose gesprungen. Ab und zu zeigt er dann doch schon die Emotionen, die er mit Sicherheit innen drin auch hat. Also das wird nur nach außen ruhig aussehen. Aber ich finde auch, er macht das auch gut, da auch die jungen Spielerinnen ranzuführen und die zu entwickeln. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Er hat einen Ruf als Development Coach, als ein Trainer, der Spieler weiterentwickelt. Der Junge, wie zum Beispiel die 16-jährige Anna Löffler, halt an dieses nationale Top-Niveau ranführt. Dann sind wir mal gespannt. Also ich würde, wenn ich mit ihr wetten müsste, sagen, es gibt einen einigermaßen klaren Erfolg für den Titelverteidiger. Dann hoffe ich dann, dass sich die Nördlinger entsprechend wehren und das nicht so klar machen. Und sich da ein bisschen Lügen strafen. Damit wir ein gutes Spiel kriegen. Damit wir ein gutes, gutes Spiel kriegen. Genau, damit wir ein spannendes und gutes Spiel kriegen. So sieht es aus. Ich werfe mal einen Blick auf die Starting Five. Fang du mit den Nördlingerinnen an. Ja, wen haben wir hier? Gucken wir. Auf jeden Fall Nicole Brochlitz mit der Nummer 6. Wir haben mit der Nummer 13. Genau, Herce Lagemann. Wen sehen wir noch? Genau, Davenport. Wen haben wir noch vergessen? Ich sehe es von hier auch nicht, weil die Kamera da noch im Wege ist. Und dann mache ich mal mit den Hannoveranern weiter. Rowena Jongeling, die Holländerin, Nationalspielerin, Center, Mitte 12. Dann Brianna Rowlesson, die ja früher auch hier in Salil gespielt hat. Die Amerikanerin Center mit Nummer 18. Mitte 21 ist das Sarah Polloros, deutsche Nationalspielerin. Und... Wen haben wir noch nicht? Andia Farsi, meiner Meinung nach, die Französin. Nein, es ist Dara Taylor. Es ist Dara Taylor, die US-Amerikaner. Hier geht es jetzt los. Der Ball bei Nördlingen. Die für Kroatien spielt. Gleich sind bei unterm Korb die ersten zwei Punkte für Erika Davenport. Ja, geht's. Die zwei Davenports bei Nördlingen, weder verwandt noch verschwägert. Weder verwandt noch verschwägert, nur ein Zufall. Und die gleiche Spielposition, interessanterweise. So, und gleich der Ausgleich für Hannover. Jetzt sucht es von außen. Brandy Beasley, US-Amerikanerin für Nördlingen, war das? Ja, ich glaube, die hatten wir eben noch vergessen zu erwähnen. Genau, so war es. Und mit der 13, Mariam Asley, Lagemann, die Französin bei Nördlingen, jetzt am Ball. Ja, kommt da jetzt nicht vorbei. Vier Sekunden, er muss jetzt abschließen. Und trifft den Dreier. Ist das immer die beste Lösung. Angriff ausgespielt, Dreier reingeschmissen. Wie Frau Hartung, jetzt Weiler früher. Na gut, das macht ja Spaß, wenn es so läuft. Spiel geht ganz anders los. So, auf der anderen Seite, Pick and Roll. Ganz einfach mit dem Foul nur zu stoppen. No easy baskets. Gut, wir sind hier im Finale. Hoffen wir, dass sich niemand wehgetan hat. Du kannst sagen, ich war als Spieler immer ein Weichei, aber das war doch nahe am unspeutlichen. So, der erste drin. Sarah Wolleros. 1,88 Meter groß, 22 Jahre jung. So, 4 zu 5. Schön zum Korb durchgesetzt. 4 zu 7. Guter Anfang für die Angels. Bei beiden Mannschaften deutlich weniger Fehler wie vorhin im Spielplatz 3. Ja, auf jeden Fall. Du bist halt doch, glaube ich, anders fokussiert, wenn es um den Titel geht. Das Spiel um Platz 3 ist einfach auch schwierig, sich da dann wieder aufzupäppeln, nachdem er am Tag vorher dann verloren hat. Wenn die Schiedsrichter das Pfeifen, dann kommen sie aus dem Pfeifen nicht mehr raus. Nein, nein, das muss schon seine Linie haben. Ein bisschen Kontakt ist schon in Ordnung. Aber der zählt. And one, ein Freiburg noch dazu. And one, ein Freiburg. Ja, da war es faul. Eindeutig. Korb zählt. Dara Taylor an der Linie. 33, eine der älteren, um nicht zu sagen die älteste bei Hannover. Ja, hat aber ihren eigenen Rebound nochmal. Unter den Korb auf Rollers. Und in der Wertung Effektivität mit Abstand die beste. In der gesamten Bundesliga, Dara Taylor. Das ist höhere Mathematik übrigens, diese Effektivitätsberechnung. Das ist genau, das werden quasi die positiven Werte, also getroffene Würfe, Steals, Assists, Rebounds, zusammengezählt als positiv. Hier Rollers mit zwei Punkten. Und abgezogen dann halt eben nochmal die, ich nenne es jetzt mal Fehler, vergebene Würfe, Ballverluste. Und daraus ergibt sich dann halt eben diese Zahl, wie aussagekräftig sie ist. Die hat auch ihre Nachteile. Die vor allem in den Schwächen des Scouting-Systems begründet sein können. Weil wenn das nicht perfekt ausgeführt ist, dann verfälscht es natürlich Dinge dieser Art. Und es berücksichtigt halt auch die Spielzeit überhaupt nicht, wie lange du auf dem Feld gestanden hast oder wie viele Würfe du letzten Endes genommen hast. Es sind halt schon so ein paar Tücken. Es ist auch keine Gewichtung der einzelnen Kategorien. Also ein getroffener Wurf oder ein Assist und was weiß ich, ist ja alles gleich viel wert. Also ja, die Aussagekraft ist, es gibt da auch noch Systeme, die da vielleicht aussagekräftiger sein sollen. Die haben sich aber bis jetzt nicht durchgesetzt, weil auch einfach ein bisschen kompliziert. Also ja, da ist irgendwie weggerutscht. Hoffentlich hat sich da nicht Wege getan. Vielleicht auf dem Schweißfleck, der da war. Das sind die Böwer. Klingt nicht gut. Einmal schütteln. So, Nördlingen hat gewechselt. Delvenport ist raus. Kassel-Lagemann auch. Täuschung und zum Korb gezogen. Ah, da fällt noch ein. Acht zu neun. Die Führung wieder für Nördlingen. Da konnten wir gerade schön sehen, wie sie gegen Brianna Rolason verteidigen. Ja, da ist ordentlich Physis im Spiel. Auf jeden Fall. Kann sich da auch sehr gut unterm Korbplatz verschaffen. Ja, aber keiner, der wirklich zum Rebound geht, deswegen Ball für Nördlingen. Ich habe schon mal einen Blick auf Sidney Parsons geworfen. Noch ganz ruhig an der Seite. Ist ja erst der Anfang. Sind ja erst fünf Minuten gespielt. Die Hälfte des ersten Viertels rum. Acht zu elf. Nichts passiert. Ja, jetzt dann doch mal der Wechsel. So ganz rund hat das jetzt nicht ausgesehen beim Laufen. Gucken, dass da eben nicht doch mehr passiert ist. Physiotherapeutin direkt da. Acht zu zwölf. Größte Führung bislang. Ja, wahnsinnig schnell verlegten. Aber der Rebound bei Rolason. Lässt sie sich normalerweise nicht entgehen? Den lässt sie sich da nicht nehmen, nee. Zwei Schuss. Schön, oder? Ja, natürlich. Ja, da ist schon richtig. Darryl Taylor abseits des Balles. Und da ist die Sarah Pollowos, die behandelt wird am Knie. Das ist... Ja, das hat man eben gesehen. Das ist da irgendwie unglücklich. Irgendwie weggeknickt, weggerutscht. 10 zu 14. Jetzt wieder. Aus Sicht der Hannoveraner. So. Das Foul gegen die Nummer 6. Nicole Brochlitz. Auch das korrekt. Schiedsrichterleistung haben wir im ersten... Hatten wir eben schon gesagt. Finale im ersten Spiel heute schon gelobt und gestern auch. Ja, doch, das so. Hochachtung. Großartig bislang. Das ist natürlich super mit den drei Schiedsrichtern, die wir dann hier auch haben. Das wäre in der Bundesliga wünschenswert, gerade bei engen Matches. Zwei. Ja, waren zwei. Ja, war knapp auf der Linie. Ja. Hast du da früher immer noch einen kurzen Blick geworfen, wo du stehst, oder wusstest du, wo dein Quadratmeter ist? Im Prinzip weiß man, wo der Quadratmeter ist und wo die Füße stehen. Ja, wenn man viel Zeit hat. Aber eigentlich weiß man da schon ziemlich genau, wo man steht. So, nicht mehr viel Zeit auf der Shot Clock. Um nicht zu sagen... Um nicht zu sagen, fast gar keine. 0,9 Sekunden. Ja, das war für 0,9 Sekunden zu lang. Deswegen... Ballbesitz Hannover. So, jetzt auch nur noch sieben Sekunden. Schöner Pass unter den Korb. Und da setzt sich Rolassen nochmal durch. 14 zu 14 der Ausgleich. Ja, versucht er zum Korb durchzukommen, aber das war dann gut verteidigt. Und wieder der Ball unter den Korb zu Rolassen. Dann geht sie an die Linie. Auch da nur mit dem Paul zu stoppen. Wechsel bei Hannover. Nördling auch. Es kommt Caroline Sockhoff für Dara Taylor. Genau. Und Sidney Parsons mit Anweisungen. sich immer wieder abseits des Balles, wenn das Spiel unterbrochen ist, die ein oder andere Spielerin an die Seitenlinie gerufen. Interessant zu beobachten. So, bei Nördling. Hasley lag man wieder auf dem Feld. Auch gewechselt gerade. Die Spielerin mit der Elf. Genau, das ist Stockton. Laura Stockton. In den USA geboren, spielt aber international für Kroatien mittlerweile. 27 Jahre jung und auch eine extrem effektive Spielerin-Bundes-Rangliste dieser Wertung, über die wir vorhin geredet haben, auf Platz 8. So. Was? Problem mit der Uhr? Problem mit dem Anschreibetisch? Eventuell? Jetzt geht's weiter. Kann es weitergehen? So, 14 zu 14. Das vergibt den Freiburg. In der Statistik 56 Prozent Trefferquote. Das ist für den Frauenbereich eher wenig. Erinnerst du dich noch an deine eigenen Statistiken, was das anbelangt? Oh, nee. Da kann ich jetzt... Das war ja der Beginn der Scouting-Fahrzeuge. Die gab es sehr wohl. Das ist schon richtig. Das will ich nicht verheimlichen an der Stelle. Aber, dass ich da jetzt noch zuverlässig was dazu sagen könnte. Ich sag einfach mal, du hast 75 Prozent der Freiwürfe verwandelt. Ich lass es einfach mal so da stehen, weil ich es weder beweisen noch widerlegen kann. Paul auf dem Weg zum Korb. Zwei Freiwürfe. Schiedsrichter besprechen sich. Ja, immer noch mal kurz, wenn da getümmelt ist, dass man auch wirklich denselben das Foul pfeifen möchte. Je nachdem, wie der Blickwinkel ist, kannst du ja auch nach Offensiv-Faul alles sehen. Ja, oder auch einfach, es waren jetzt quasi drei Leute in der Nähe, dass sich die Schiedsrichter da auch einig sind. Ist das schon richtig so. So, Delvenport an der Linie. Es steht 15 zu 14 für Hannover. Chance, in Führung zu gehen. Das ist der Ausgleich. Zwei Trommler, die sich mächtig Mühe geben, aber der Freiwurf ist drin. Ach, das ist den Lagemann da. Als gute Verteidigerin wirkt schnell auf den Füßen, lange Arme, versucht da Druck zu machen. Sehr schöne Aktion. Führung wechselt wieder. Gleich hier nochmal, schnell zum Korb, kann es wieder durchsetzen. Selbe Aktion wie vorher. Das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Da kriegt der Trainer draußen die Krise. Mannschaft antwortet gemäß. Roslapa reagiert, ruft zwei Spielerinnen zum Wechsel. Ich glaube, das ist auch angesagt aus Nörtlinger Sicht. Sie müssen relativ viel rotieren, sonst gehen ihnen nachher bei dem Tempo die Körner aus. Gut, ist jetzt noch eine Minute in dem Viertel. Ja, Schrittfehler. Gefürfen und hier jetzt der Wechsel von Dörtlingen. Lisa Berthold zurück und mit der 17 Brandy Beasley. Ja, Rollersen setzt sich da unterm Korb wieder gut durch. Schwer zu stoppen, wenn der Ball in dieser Position Wenn der Ball erstmal da ist, vielleicht einfach, also einfacher versuchen, den Ball da nicht so leicht hinzubekommen, was natürlich auch alles andere als einfach ist. Genau. Aber das war zum Beispiel ein Teil des Problems in ihrer Zeit hier in Saarlouis, dass der Ball einfach viel zu selten dahin kam. So, die letzte Sekunde 21 zu 18. Die Lüchse 21,18 unterhaltsam erster Spielabschnitt ohne Zweifel. Immer noch knapp, immer eine Antwort jeweils von der anderen Seite da. hohe Intensität, hohes Tempo. Schön anzugucken. Auf jeden Fall. Wir haben nochmal zehn Dr. Tights Pakete, Femm-Pakete zu bespielen und das sind folgende Nummer. Der Stelle dann vielleicht auch einfach die versprochenen Grüße nach Nördlingen an alle, die da zuhören. Hallo Nico, hallo alle, die mitgucken. Dann erzähl mal, wie das mit dir und Nördlingen war. Die Zeit haben wir ja. Die Zeit haben wir. Gut, ich habe da auch mal ein Jahr gespielt mit der Mutter von Anna Löffler von der Nummer 18 bei Nördlingen, von der jungen Spielerin, von der wir eben schon kurz gesprochen hatten. Ja, war eine sehr schöne Zeit. Ich habe da auch immer noch viele Kontakte hin. Ich freue mich auch zu wissen, dass die jetzt alle zugucken und zuhören. Ja, die Mama sitzt oben drüber. Und damit sich halt mächtig Stimmung machen, wie ich sie alle kenne. Da ist jetzt gerade mal was zu trinken holen. Okay. Danach ging es für dich doch nach Schottland. Und in Schottland, habe ich gehört, konnte man den damals Hartung, heute Weiler Quadratmeter überhaupt nicht verteidigen. Da hast du pro Spiel zehn von den Dingern reingeworfen. Ja, es ist halt schon so, dass da, sagen wir mal, die schottische erste Liga nicht mit hier unbedingt vom Niveau her zu vergleichen war. Das hat die Sache natürlich einfacher gemacht, muss man da ehrlich sagen. Ja, war eine schöne Zeit. Das auch mal zu sehen, war noch viel weniger professionell als hier. Also von daher hat man das dann auch mal gesehen. Dann war das auch mal nochmal ein anderer Eindruck, war auch schön. Und wie gut ist dein Gaelisch aus der Zeit? Grauenhaft. Ich habe es irgendwann gelernt, den schottischen Akzent zu verstehen. Das hat es einfacher gemacht. Aber ist schon gewöhnungsbedürftig. Ne, war auch eine schöne Zeit. So, hier geht es weiter. Ja, Sidney Parsons, man hat es kurz gesehen jetzt in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Viertel mit einer ganz klaren Ansprache. Ja, studiert jetzt gerade das Scouting Board. Aber Polaroos wieder auf dem Feld. Ja, das ist schon mal gut. Zumindest wieder hingekriegt. Das wäre schon ein Verlust gewesen auf jeden Fall. Die hat auch gestern sehr gut gespielt. Ball bei Nördlingen. Gleich kommen Dabba Taylor wieder zurück. Schön zum Kopf. Jetzt läuft aber auch gleich die 24 Sekunden ab. Ja, Ball sowieso bei Hannover. Der Ball war nicht am Ringen. Das heißt, da wären jetzt eh die 24 Sekunden abgelaufen gewesen. Spiel ist unterbrochen, kann gewechselt werden. Andia Farsi mit der Nummer 1 kommt, Französin. Nördling macht direkt wieder von vorne Druck mit Hassela Langemann, wieder versucht, der Aufbauspielerin das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dabba Taylor mit dem Dreier. Ganz weif von außen. Aber wir waren wieder bei Hannover. Das ist die Französin Farsi. Im Moment fahren die Dinger nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Schnell gespielt. Schnell abgeschlossen, aber auch wieder Rebound. Hannover. Offensiv-Rebound. Muss Nördling im Moment ein bisschen aufpassen. Da ist von der was unterm Korb vergibt. Ball bei Nördling. Hektische Anfangsphase hier ein bisschen im zweiten Spielabschnitt. Ja, jetzt auch mit mehr Fehlern. Ja. Schöner Pass. Aber auch da. Darf ein paar Zentimeter höher sein. Den Ball. Ja. Schwer zu kontrollieren. Doch, vertuddelt. Aber Ballbesitz für... Ballbesitz für... Ballbesitz für Nördling. Ja. Ballbesitz für Nördling. Mathis Rotslapa. Der Lette. Jetzt ist Anna Löffler auf dem Feld, von der wir eben lange geredet haben. Die 16-Jährige. Die 16-Jährige. Mit ihrem allerersten Finale bei den Kursen. Genau. Mit ihrem ersten Ballkontakt sich da durchsetzen muss. Ihre Mutter war eine exzellente Verteidigerin. Ist sie das auch? Sie macht das für ihre 16 Jahre allgemein. Wirklich gut. Hat auch das Spiel da wirklich schön verstanden. Gute Aktion da gerade. Ja, auch schnell wieder vorne. Ja. Und keine Angst. Nee. Ja. Gut aufgenommen, sagt man. Gut aufgenommen, genau. Ja. Bei Hannover dann wieder der Wechsel. Und wir sind zurück auf dem Feld. Sidney Parsons. Das beobachtest du ganz genau, ne? Wird langsam aktiver. Naja. Da hat mal kurz im Schiedsrichter die Meinung gegeigt. Und gesagt, also Junge, bin ich nicht mit einverstanden. Ganz freundlich natürlich. Aber sehr energisch. Und das ist natürlich ein Move, den man gern sieht. Ist jetzt wirklich damit gerechnet hat, dass der reingeht, aber schön gemacht. Kriegt noch einen Freiburg oben drauf. Bisschen Glück. Aber spektakulär. Auf jeden Fall. 23,20, 6,47 noch auf der Uhr. In dieser ersten Halbzeit eines bislang sehr guten Finales. Von beiden Seiten. Ah, das war kein guter Pass. Ja, Rollersen da jetzt unterm Korb das Mismet. Gleich gesehen und ausgenutzt. Und auch da hat ja einer Löffler keine Angst mit ihren 16 in Anführungsstrichen einen Brocken wie wie Brianna Rolersen zu verteidigen. Aus Zeit. Aus Zeit Lüchse. Lüchse. Ich habe mich immer gefragt in so einem Hexenkessel wie die Stadtgartenhalle früher war, wie das jetzt bei Alba ist, was die Spielerinnen überhaupt akustisch von den Anweisungen mitbekommen. Also, dass die Trainer dann schon laut sprechen müssen, ist klar. Wenn sie erregt sind, schreien sie dann auch schon mal. Und je nachdem, wie der Spielerinnen-Typ ist, lässt er sich halt nicht gerne anschreien. Es ist, denke ich, auch eher die Gestik. Ich meine, das musst du dann schon zeigen. Das ist natürlich dann nicht mehr zu verstehen. Oder halt eben, wie du eben auch gesagt hast, dass die Spielerinnen dann halt eben mal zur Seite holen, wenn du was weitergeben willst. Hast du auch deinen Kapitän noch auf dem Feld? Darüber kannst du ja auch notfalls arbeiten. Aber ansonsten ist das natürlich nicht akustisch zu verstehen. Teilweise. Aber dafür gibt es ja die Zeichensprache. Gestern gab es ein sehr schönes Bild beim ersten Halbfinale. Eltern mit zwei kleinen Kindern. Und die Kinder hatten richtig dicke, fette Ohrschützer an. Also Kopfhörer. Damit das junge Gehör durch den Krach hier vier Schlagzeuggruppen, Disco-Musik nicht, wie soll man sagen, verletzt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Also 70 dB aufwärts. Ja, wenn du direkt neben so einem Trommler sitzt, ist das natürlich auch dann nochmal ein bisschen mehr. 25,20 nach diesem Freiburg von Brianna Rolison. Und das ist die bisher größte Führung in diesem Finale. Fünf-Punkte-Differenz zugunsten der Hannoveranerinnen. Und jetzt sind es sechs. Ja, da muss Nördling aufpassen, dass sie sich nicht heimlich die Hannoveraner ein bisschen wegschleichen. Ohne, dass man das Gefühl hat, sie sind drückend überlegen. Sie spielen das schon geduldig bis auf den Punkt. Schön gespielt. Ja, von außen klappt es auch im Moment nicht so zuverlässig. Die Dreier fallen nicht. Wieder clever angenommen, hat mit Sicherheit auch ein bisschen wehgetan. Auf die Nase. Zweites Foul. Erstes Foul. Erstes Foul. für Andi Afassi. Nördling auch noch mal gewechselt. Das muss bei beiden Trainern einfach die Taktik sein, durchwechselnd spielen. Gestern war lang anstrengend und heute das Tempo in den ersten 15 Minuten auch kräftig. Ja, das Duell unterm Korb. Korb zählt. Rollersons erstes Foul. Ja, und ein klares. Dürfenport an der Linie. 28, 23. Das ist natürlich wahnsinnig schnell auf den Beinen. Ja, Pfeifstein ist offensiv voll, war doch dann ein bisschen viel die Schulter. War ein bisschen zu viel. So, und da regt sie sich an der Seitenlinie jetzt zum ersten Mal so richtig, richtig auf. War natürlich auch geschickt angenommen, geschickt gefallen, das muss man halt auch sagen. Ja. Aber es war auch schon vielleicht ein bisschen viel. Das habt ihr im Training doch auch geübt. Man übt nicht fallen. Doch. Und wieder schnell nach vorne gespielt. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schnell. Und jetzt erklärt sie ihm mal das Spiel. Und er hört geflissentlich in die andere Richtung. Die Trainer diskutieren es mal untereinander. Noch einmal, sagt der Schiedsrichter gerade zu ihr, noch einmal, sonst gibt es ein technisches Foul gegen die Bank. Also für die Zuschauer ist sowas natürlich immer ein Ereignis, wenn ein Trainer, eine Trainerin an der Seite so marschiert. Für den einen oder anderen Spieler, querstrich Spielerin, ist das, glaube ich, freundlich formuliert gewöhnungsbedürftig. Also ich finde Trainer mit Temperament immer noch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das haben die auch alle so ein Stück weit. Ist auch gut so. Aber wenn du immer schon, sage ich, auf 100 Prozent anfängst, wo willst du dann noch hin? Nee, das ist nicht Sinn der Sache. Es ist schön zum Kopf gezogen. Für mich die Beste. Wahnsinnig schnell. Damit kommt Nöttingen im Moment. Daro Taylor. Nicht zurecht. Ja, schön gespielt. Foul. Schöner Pass. Gegen Sarah Polleros. Devin Port nochmal an der Linie. Zweites Foul für Polleros. Beide Mannschaften wechseln nochmal. Jetzt gibt es auch Debatte auf der Nördlinger Bank. mit Devin Port. In dem Fall mit Naomi Devin Port. Erika steht an der Freiwurflinie. So, die Anzeigetafel inzwischen dann auch wieder korrigiert. das hat eben nicht gestimmt. 32, 28. 3, 30 zu gehen. Ja, auch hier wieder. Da wiederholen wir uns zu leicht. Ja, wiederholen wir uns. Zu leicht. Ja, das war jetzt halt auch verteidigt gegen... Bisschen wild gerade. Ja. Das ist die viel einfachere Lösung in der Theorie. Die ist auch ein bisschen weggerutscht. Freitagabend spielten hier noch die Handballmänner der Hagi Saloui. Rutschig ist es hier normalerweise nicht, weil hier normalerweise die Handballer spielen mit ihrem Harz an den Bällen. Also es ist eine... Auszeit. Nördlingen. Genau, wo man mit Rutschig eigentlich die wenigsten Probleme hat. Nein. Wieder die Auszeit. Okay. Genommen. Von Sidney Parsons. Zumindest zeigt das die Anzeigentafel an. Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber sie wird ihrem Team schon etwas mitzuteilen haben. Also, die Geschichte vom Hallenboden. Nach dem Handballspiel am Freitagabend wurde bis um 3.30 Uhr in der Nacht dieser Boden gereinigt vom Handballharz. Dann wurde alles hier aufgebaut. Halle mit den LED-Werbebanden in einer Superverfassung. Und dann waren alle rechtschaffen müde am Finaltag. Das kann ich mir vorstellen. Was hältst du von der Verteidigungsarbeit der beiden Mannschaften kurz vor dem Halbzeitpfiff? 34 Punkte haben die Nördlingerinnen zugelassen. 28 die Hannoveranerinnen. Das ist eigentlich ein eher guter Wert. Ich habe die Anzeige auch nochmal korrigiert. 36. Wir haben hier leider keine andere Anzeige als die oben in der Halle. Und die springt ab und zu da doch hin und her. Aber zurück zu der Verteidigungsarbeit. Ja gut. Es sind noch so ein paar Fehler drin, wo halt eben wirklich leichter Zug zum Korb möglich ist. Das muss man noch in den Griff bekommen. Gucken wir mal, was sich nach der Auszeit verändert hat. Hannover verteidigt gleich von vorne. Kann sich trotzdem auch gegen zwei durchsetzen. So, 36, 30. Ja, Nördlingen da jetzt einen Tick akkassiver. So, der Taylor kriegt ihre Pause. Ja, schade. Eigentlich gut gemacht. Hannover direkt schnell nach vorne. Und mit einem deutlichen Vorteil bei den Rebounds. Und wieder ein Offensiv-Rebound. Fuß. Ja, wollten da noch mal durchstecken. Hätten vielleicht auch selber machen können. Nochmal Wechsel bei Hannover. Fassi kommt zurück. Eine Minute 19 vor der Halbzeit. Ja, jetzt setzt sich Davenport noch mal durch. Immer noch das knappe Spiel, was wir uns gewünscht haben. Ja. Schöne Bewegung, aber ja, der Ball bleibt bei Hannover. So, Auszeit. Nochmal die Auszeit. Knapp 50 Sekunden vor dem Ende der Halbzeit. Ja, die Alba-Fans kann keiner ranreichen. Die waren, die kriegen den Preis für die besten Fans, würde ich sagen. Und die sind jetzt ein bisschen ermattet. Sehr wahrscheinlich auch. Ja gut, das haben sie sich verdient. Vielleicht das ein oder andere saarländische Bier. Sei ihm gegönnt. Genau. Bei der Gelegenheit können wir die Chance nutzen. Apropos Pokal. Der saarländische Rundfunk überträgt ja sehr gerne Pokalüberraschungen. Wir hätten auch gerne hier eine übertragen. Spaß beiseite. Saarland-Pokal. Männer, Fußball. Borussia Neunkirchen empfängt die Sensationsmannschaft des DFB-Pokals, den FCS am Samstag, dem 23. März ab 14 Uhr. Und das gibt es bei uns zu sehen im SR Fernsehen und auf SR.de wieder im Livestream. Also für alle Fußballfans, Sportfans insgesamt. Wer mal hinabsteigen will in die Niederungen des regionalen Amateurfußballs, der kann Borussia Neunkirchen gegen den 1. FC Saarbrücken sehen am Samstag, dem 23. März ab 14 Uhr. Aber doch jetzt ganz schnell wieder zurück zu dem Damenbasketball. Zurück würde ich sagen. Der Ball ist bei Hannover. Die haben noch 14 Sekunden auf ihrer Angriffs-Uhr. Und diese Zeit läuft jetzt. Ja, der kann sich da durchsetzen. Das ist der angesagte Spielzug. Das wollten sie spielen und das haben sie gespielt. Und der ist ganz schlecht. Jetzt kann Hannover die Zeit runterspielen. Bis auf eine einzige Sekunde. Und die spielen sie jetzt runter und werden versuchen noch einen Korb zu machen, nämlich genau jetzt. Und da ist er. Ja, es sind immer noch 6, 5. Ja, das. Der zählt. Fällt noch rein. Das hat sich Hannover so sicher nicht vorgestellt. Für Nadling war das jetzt sehr wichtig. Genau. Und ist natürlich auch immer so kurz vor der Halbzeit. Kann man das immer gut nochmal mitnehmen. Anstatt mit 8 Punkten Rückstand sind es so nur 5. Schauen wir mal. 8,50 Meter. Minimum. So was nimmst du gerne mit in die Halbzeit. Mit der Schlusssirene. Der Ball muss die Hand verlassen haben. So, wir sagen, es steht zur Halbzeit 40 zu 35 Hannover gegen Nördlingen. Und bei Katrin Schmidt ist ein Gesprächspartner. Bitteschön. Was ein Buzzerbieter hier gerade. In letzter Sekunde. 35 zu 40 aus der Sicht von Nördlingen gegen Hannover. Ja, es ist ein wahnsinnig gutes Finale. Bei mir steht Andreas Wagner, der Vorsitzende der Damenbasketball-Bundesliga. Herr Wagner, wie haben Sie gerade diesen letzten Wurf erlebt? Ja, das sind so unglaubliche Gefühle für jede Spielerin, wenn man so einen Buzzerbieter noch macht, so kurz vor Schluss. Und das geht nicht. Man hat natürlich viel Emotion mit in die Halbzeit. fünf Punkte. Hier ist ja alles möglich. Das ist ja super. Das macht so richtig Spaß, so ein Finale zu haben, wo es so eng ist. Ja, wenn Sie jetzt mal das Spiel um Platz 3 mit dem Finale jetzt vergleichen, es sind schon Unterschiede erkennbar, oder? Ja, es sind Unterschiede erkennbar. Ich muss ja auch natürlich sagen, wenn Nördling in das Finale kommt als Fünfter in der Hauptrunde, da ist man so, da ist die Zielstellung schon, dorthin zu kommen als junges Team. Aber ich sage mal trotzdem, auch das Spiel um den dritten Platz mit Alba und Saarlouis. Das ist in Ordnung. Und Alba ist ein junges Team und die entwickeln sich. Und Saarlouis wird auch ihren Weg gehen in den nächsten Wochen, Monat. Also ich war ja öfters hier. Bin ja auch froh, wieder mal im Saarland zu sein. War ja schon ganz viel hier in Saarlouis. Und ich denke, die gehen alle ihren Sport. Und wir haben heute, denke ich, an diesem Wochenende bis jetzt guten Sport gesehen für unsere Damen. Ja, so ist es. Und darüber wollen wir jetzt auch mal allgemein sprechen. Es gibt ja so zwei unterschiedliche Entwicklungen in Deutschland, würde ich mal sagen. Es gibt so ein bisschen den internationalen deutschen Frauenbasketball und es gibt den nationalen deutschen Frauenbasketball. Wir schauen mal auf den internationalen. Wir haben jetzt zwei Spielerinnen in der WNBA, der höchsten Liga der Welt. Wir haben ganz, ganz viele, die im Ausland in der Europa League spielen. Und wir haben in der Nationalmannschaft aber nur zwei Bundesligaspielerinnen. Erstmal, wie bewerten Sie diesen Aufschwung des internationalen deutschen Frauenbasketballs? Ja, ich denke, es sind viele Spieler, Spielerinnen haben den Weg gesucht, international zu spielen. Weil das muss man auch ehrlich sagen, wir haben noch nicht die Qualität bei uns in Deutschland. Wir haben viele Standards verpasst in den letzten Jahren. Wir sind eigentlich der Entwicklung etwas hinterhergerannt und man hat sich jetzt aufgemacht, diese Situation zu ändern. Und vielleicht werden es auch drei Spieler mit Frieda Biener dann noch aus Osnabrück zusammen. Aber wir müssen bis 2026, bis zur Weltmeisterschaft, diesen Weg gehen, mit sechs, sieben, acht Spielern intensiv zu arbeiten, um natürlich auch diese Spieler zu ersetzen, wie Svenja Brunkhorst in der Mannschaft. Dafür ist die Bundesliga jetzt angetreten mit diesen neuen Standards, die wir machen. Wir wissen, dass das nicht ganz schnell geht, aber wir haben uns das auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Wir waren nicht konsequent genug, aber jetzt denke ich mal, der Frauensport in Deutschland ist in Bewegung. Der Frauensport hat eine ganz andere Bedeutung bekommen und ich denke, wir müssen auf diesen Weg mitgehen und wir haben keine größere Chance als jetzt mit den Frauen in der Bundesliga wirklich den Schritt nach vorne zu gehen. Wenn wir die Chance bis 26 September nicht nutzen, dann haben wir sie verspielt. Sie haben gerade selber gesagt, Sie haben, der Verband hat so ein bisschen verpasst, die Bundesliga weiter zur Entwicklung. Also wieso? Was ist da schiefgelaufen? Ich würde sagen, nicht der Verband DBB, sondern wir selber in der DBBL haben es verpasst. Schiefgelaufen ist, dass wir uns vielmals nicht einig waren, dass viele unterschiedliche Interessen da waren, aber es hat einfach nicht dazu gereicht, eine gemeinsame Solidarität zu schaffen. Der Verband hat jetzt mit dieser Taskforce, die wir beschlossen haben, gemeinsam sehr viel gemacht. Die Nationalmannschaft ist jetzt vom Prinzip her genau auf das Level der Männer gestellt. Die haben die gleichen Bedingungen. Ich war ja in Brasilien mit dem Belém. Die haben einen super Stuff gehabt. Der Deutsche Basketballbund hat sich hier sehr gut engagiert. und hat alles dafür gemacht, dass diese Mannschaft Top-Bedingungen hat. Auch mit anderen Sachen. Wir haben Frauensportkonferenzen jetzt mit dem Deutschen Basketballbund. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber wir müssen einfach ein bisschen mehr machen. Es ist, glaube ich, mehr die Sache, dass wir etwas verschlafen haben. Sie haben jetzt gerade Brasilien schon angesprochen. Der Frauen-Nationalmannschaft ist in diesem Jahr Historisches gelungen. Zum allerersten Mal in der deutschen Frauen-Basketball-Geschichte haben Sie sich qualifiziert für die Olympischen Spiele in Paris. Sie waren mit dabei. Nehmen Sie uns mal noch mal mit in die letzten Sekunden des Wahnsinnsspiels gegen Brasilien. Wie war es, als am Ende klar war, okay, wir fahren nach Paris? Also ich muss sagen, die 12.000 Zuschauer, die haben gebet. Bei jeder Ballberührung der Brasilianerinnen hat die Halle gebet. Und die Entscheidung war ja so, wir wollten nicht in die Verlängerung. Nun hat man das, die Brasilianer haben das stark gemacht. Man hat ein Statue hat man nach unten gezogen, am Arm gezogen. Man hat Leonie Fiebig auf das Parkett geschmissen. Man wusste gar nicht mehr, was passiert. Und man hat draußen gebibbert. Und die haben, die Lisa Tomaitis hat klare Entscheidungen getroffen. Die hat eine Entscheidung getroffen, wo man ganz klar gesagt hat, der Freiwurf muss weg. Und dann die Brasilianer, die hauen den einen Freiwurf rein, dann hauen die dann ans Brett und dann versuchen die, diesen Riebe anzubekommen und die Satu holt den. Und dann waren wir vier Sekunden und dann gewinnen wir dieses Spiel. Und das war also einzigartig. Es ging gar nicht mehr darum, mit sechs zu verlieren. Es ging darum, nicht in die Verlängerung zu kommen, weil die Halle hätte uns auseinandergenommen. Ich habe auf den Trainerbänken gesessen, dann nicht mehr gesessen, gestanden, die Brasilianer hinten mir, die waren total verrückt. Also es war, ich muss Ihnen sagen, so ein Liebesvolk und ehrlich und die waren so fair auch nach dem Spiel zu uns. Es war ein einmaliges Erlebnis für den gesamten Staff, für die Mannschaft und für mich natürlich als Vorsitzender der Liga. Ich habe so viel Motivation mitgenommen und jetzt am 27. fahren wir nach Lille, am 27. Juli und danach geht es nach Paris, weil wir ins Vierteljahr nicht kommen können. Das ist wirklich, das ist verrückt gewesen. Ja, es ist ja total schön. Jetzt gibt es ja eigentlich für alle basketballwilligen Kinder in Deutschland Vorbilder. Es gibt die Männer, die über den WM-Titel brauchen wir gar nicht mehr reden, die einen Vorbildcharakter haben. Jetzt gibt es aber auch eine Nationalmannschaft, eine Frauennationalmannschaft, die es schafft, international zu spielen und eben bei Olympischen Spielen zu spielen. Inwiefern merken Sie da schon, dass da ein Zulauf in den Vereinen größer wird? Wir haben einen Zulauf in den Vereinen von Mädchen, aber wir müssen jetzt die Bedingungen gemeinsam mit dem DBB schaffen, dass wir entsprechende Hallenkapazitäten zur Verfügung haben und dass wir vom Prinzip auch Trainerinnen und Trainer haben. Und man muss einfach sagen, wir haben schon Wartelisten teilweise und das ist auch nicht schön. Wir wollen ja, dass die Kinder spielen. Es müssen Spielwettbewerbe, es müssen vielleicht neue Formen des Wettbewerbs an den Grundschulen gefunden werden, dass wir dort die Mädchen, die da wollen und die Talente rauszupicken und den Breitensport zu machen, die müssen wir jetzt gucken, wie wir die vom Prinzip herankriegen an unseren Basketball, in unsere Hallen und damit wir dann, sagen wir mal, in die nächsten Jahre 28, 32, 36 dann, ich sag mal, auch wieder gute Teams haben, um bei Olympia teilzunehmen. Das ist, ich will jetzt ein Beispiel sagen. Wir waren zum Länderspiel in Hamburg. Hamburg hat keine Frauenmannschaft in 1. und 2. Liga, aber die Halle war ausverkauft. Und die Mädchen haben dann da gestanden, weil sie sagen, die Vorbilder, Satu, die hat Unterschriften gemacht, ohne Ende, die Kinder. Das war eine Freude für mich dazu zu gucken. Da ist man noch eine Stunde in der Halle geblieben. Andreas Wagner, vielen Dank erstmal für den ganzen Einblick in die deutsche Basketball-Bundesliga und natürlich auch in die Nationalmannschaft. Wir machen jetzt hier nochmal eine ganz kurze Pause und sind dann wieder zurück, gleich mit der zweiten Halbzeit des großen Finals um den DBBL-Pokal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, es wird schon aggressiv weitergehen müssen. Das ist anstrengend. Man sieht ja auch hier, dass jeder zentimeterhart umkämpft ist. Gerade unterm Korb. Den muss sie nehmen, weil die Uhr abgelaufen ist. Schön verteidigt von Hannover. Und trotzdem war sie nicht ganz zufrieden, Frau Parsons, an der Seite. Bisschen Glück bei dem Bodenpass. Ja, kann sie sich dann doch durchsetzen dieses Mal. Da hat sie sich jetzt den Platz gemacht. Ja, mit sieben Punkten, so eine kleine Führung. Zwei Schuss. Genau, Nicole Prochlitz an der Linie. 20 Jahre jung. Eins der Talente, die relativ viel Spielzeit bekommen beim Erstligisten. War jetzt aber auch schon das dritte Foul von Rolason. Dann kriegt sie gleich eine Pause. Dazu ist noch zu viel Zeit auf der Uhr in der zweiten Hälfte. Ich glaube, er stoppt ihn gut durch. Ja, ich glaube, er stoppt ihn gut durch. Ja, ich glaube, er stoppt ihn gut durch. Das ist sehr schwer zu verteidigen, weil sie immer gerade so an der Grenze zum Offensiv-Foul sich den Platz macht. Und umgekehrt, wenn man sie dann auffällt, man selbst sehr schnell das Foul bekommt. Ja, doch vielleicht vorne beim Passgeber noch ein Tick aggressiver. Genau. Dass der Pass gar nicht so einfach ist. Ja, und auch außen den Passgeber noch aggressiver, dass da kein so einfacher, guter Pass zu spielen ist. Okay, wir zählen durch. Vasselab hat drei Spielerinnen gewechselt. Jetzt beide Davenports drin. Brandy Beasley. Pass gefunden. Das Missmatch ist ja doch ein Stückchen größer als ihre Gegnerin. Ja. Ja. Kollerisch ist auch von außen sicher. Beschweren sich die Nördlinger, dass da kein Foul-Fiff kam? Und Parsons an der Linie Feuer, 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 Feuer. Mit Kilometer sieben und acht wahrscheinlich. Ja. Und da ist sie den Schiedsrichter am Bearbeiten. Der hat sich heute schon relativ viel anhören dürfen. Ja, da wird intensiv diskutiert. So, und das ist dieser kleine Minilauf, von dem ich vorhin sprach. Jetzt sind es halt elf Punkte, Mitte des dritten Viertels. Und jetzt sind es schon 13. Sollte aus Nördlinger Sicht nicht mehr mehr werden, sonst schwinden die Chancen schnell. Ja, doch, der Foul-Fiff. Da sehen wir es in der Zeitlupe. Pfiff korrekt. Sah von uns hier oben eher so aus, als hätte sie den Ball gespielt, war aber zuerst die Hand und dann der Ball. Und unten auch noch immer ein bisschen schön. Das ist die ganze Zeit relativ hart geführt. Der Restaurant verwandelt den ersten. 11 Punkte. 51-40 Dana Taylor Die Älteste in diesem Finale ist eine der schnellsten Lassen sich nicht abschütteln, die Nadlinger Bleiben da dran Versuchen, ihre Chance zu nutzen Ja, voll, da reingelangt Ja Ronussen erwartungsgemäß sitzt auf der Bank Foul Trouble bei Hannover Jetzt auch das dritte Foul Für Rowena Jongeling Und da muss sie sich hier schon zurückhalten Und nicht gleich direkt in der nächsten Aktion Es fährt zu kassieren Ja, bei Nördling ist es nur Brauflitz mit drei Fouls bis jetzt Relativ früh Und das durfte man früher keinesfalls machen Unsportliches Foul fordern Wenn man nicht der Teamkapitän ist Die Zeiten sind Lange rum Aber generell Bin ich sowieso kein Freund dieses Lamentierens Genau, Lamentierens Ja, Stocken kann sich ja durchsetzen Jetzt auch das dritte Foul für Erika Davenport Spielerin mit der Nummer Null Da ist sie Vielleicht die auffälligste bis hierhin bei Nördling In Abwehr und Angriff Aber jetzt auch mit drei Fouls belastet Und wir haben noch 14 Minuten 29 zu gehen Ja, Stocken vergibt den ersten Laura Stockton Achtpunkte Führung für Hannover Völlig frei der Dreier Und der sitzt Naomi Davenport Aber direkt die Antwort von Stockton Ist das ein Klassiker Man freut sich über eine sehr gelungene eigene Aktion Und vergisst dann hinten schnell und konzentriert zu sein Ja, da hat sie auch ihre Schnelligkeit ausgenutzt Vergleich zu ihrer Verteidigerin Und dann sind wir wieder beim Halbzeitstand Ja, ich wollte gerade sagen, sie kommen so langsam wieder ran Die Nördlinger Das ist natürlich wichtig, um da doch ein bisschen Abstand nochmal dazwischen zu schieben Für die Luchse Stockton heiß gelaufen in der Phase Ja, ist jetzt auch sehr hart Ja Aber selbstverständlich Ja, ist jetzt auch sehr hart 57 51 Nördlingen wechselt Und wieder mal der Rebound, der Offensiv Rebound bei den Hannoveranerinnen, wenn das am Ende nicht der Schlüssel sein könnte. Ja, die Offensiv Rebound, das waren schon viele, aber weiter zu aggressiv verteidigt von Naomi Davenport. Auch ihr drittes Foul, so langsam aber sicher, kommen die Schlüsselspielerinnen in Trouble. Ach, der guckte schon rein und flog wieder raus. Da ärgerst du dich als Spielerin natürlich grün und blau. Das gibt ihm jetzt die Chance, doch nochmal was näher ranzukommen. Schön durchgesetzt, 57 53 nach wie vor. Das knappe Spiel. Ja, Rolassen setzt sich da wieder unterm Korb durch. Und das ist das fette Foul von Naomi Davenport. Sie geht schon Richtung Auswechselbank. Nein, sie geht weg, um sich nicht zu sehr aufzuregen und noch ein technisches Oben drauf zu kassieren. Frägt aber jetzt doch den Schiedsrichter. Aber der Wechsel kommt natürlich. Erika Davenport dafür auf dem Feld. Ja. Zwei daneben. Ja, Rolassen beide vergeben, 57 53, noch zwei Minuten in dem Viertel. Schön gemacht, guter Rewon, schön rausgepasst. Und jetzt ist Nördlingen plötzlich wieder ganz nah dran. Ja. Und der Ballgewinn für Nördlingen. So, Wechsel nochmal bei Hannover. Einwurf Nördlingen. Die Kanadierin Teja Hansen kommt mit der Null. So, verteidigen jetzt aggressiv von vorne wieder auf den Aufbauspieler, aber alles gut gelöst. Oh! Oh! Wechsel call 1,5 poco foot in der Null. Oh! 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 Wichtiger Pfiff für Nördlingen. Wir haben da jetzt auch in der Defense ein bisschen umgestellt. Wechsel Hannover. Wieder mit unserer beliebten Zonenverteidigung. Hannover versucht Druck zu machen. Enja Wixne bringt den Ball. Die Lettin, die der Trainer mitgebracht hat, Nationalspielerin. Genau, die kennen sich von der Nationalmannschaft. Und dann ist das Ding ausgeglichen. Der Ausgleich für Nördlingen. Die letzten 20 Sekunden in diesem dritten Viertel. Ja, gut verteidigt, gut geholfen. Wir können jetzt die Zeit runterspielen. Noch fünf, vier, drei. Und der zählt auch. Die Führung für Nördlingen. Und da springen sie alle von der Bank ins Fels. Mit dem Pfiff. Der zweite Buzzerbieter. Und das geht ja als Gegner schon richtig aufs Gemüt. Ja. Das muss man jetzt einfach wegstecken. Hannover verliert das dritte Viertel. Aber das gibt ihr natürlich dann, wenn die Beine müde werden, noch mal ein bisschen Kraft für die letzten zehn Minuten. Mit sieben Punkten. Hannover verliert das dritte Viertel mit sieben Punkten. Und der Weg sah es ganz anders aus. Die Nördlinger Fans sind auch alle aufgewacht. Fühlten sich vielleicht in ihrer besten Phase in diesem Spielabschnitt schon etwas zu sicher. Für Nördlingen ist natürlich schon der Einzug ins Finale eigentlich schon eine tolle Sache. Insbesondere, dass es Gerüchte gibt um Probleme im Hintergrund beim Verein. Dass die Finanzierung der kommenden Saison nicht so 100 Prozent sicher sei. Aber das ist im Moment nur etwas, was in der Szene diskutiert wird. Und Fakten liegen unserer Information nach nicht auf dem Tisch. Da kann ich nichts dazu sagen. Da habe ich überhaupt keinen Einblick in sowas. Gut, die nächste Saison. Ja, jetzt bleiben wir erst mal hier beim Finale. Und in der Liga-Historie gab es das immer wieder angeschlagene Vereine, die in letzter Sekunde gerettet wurden. Und umgekehrt große Vereine, die aus finanziellen Gründen dann auf einmal von der Bildfläche verschwanden. Das letzte Viertel. Zehn Minuten. Nördlingen führt mit zwei. Und eins haben die Nördlingerinnen gut gemacht. Sie haben Rihanna Rolison so bearbeitet, dass sie deutlich weniger Punkte erzielt hat als noch in der ersten Hälfte. Ja, ist auch ein bisschen umgestellt in der Verteidigung. Teilweise haben wir jetzt dann auch die Zonenverteidigung gewählt, wo sie dann auch viel geholfen haben. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja. Ja. Der Rant da nicht ganz einverstanden. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen in dem Moment. Aber der Schiedsrichter stand direkt daneben und pfeift das Offensivfall. Hannover jetzt relativ groß aufgestellt mit Rolison und mit Hanson. 59, 59. Und die dritte große bei Hannover ist die Spielerin mit der Nummer 13, die blonde Schwedin Michaela Gustafsson, während da Erika Davenport wieder die Führung für Nördling erzielt. Nördlingen wieder mit zwei nach vorne bringt. Spannendes Finale. Es bleibt das spannende Finale, was wir uns gewünscht haben. Und der Dreier fällt nicht bei Hannover. Ganze zweite Hartzeiten. Ja, Nördlingen spielt das jetzt auch in Ruhe aus. Nicht so hektisch wie teilweise am Anfang. Gucken. Aber jetzt wird es knapp. Weißt du, was wir noch gar nicht hatten? Verlängerung. Stimmt. Aber hier wieder der Schnelligkeit von Taylor kommen sie da im Moment nicht zurecht. 61, 61. Rebound bei Hannover. Okay, sie ziehen Brianna Rowleson nach draußen, um mehr Platz zum Schneiden-Penetration-Game zu haben. War jetzt gerade mal eine Option, die nicht funktioniert hat. Ich glaube, sie hat auch noch nicht ganz zu Ende gespielt. Zwei Punkte. Und wieder die Führung für Nördlingen. Reine Nervensache jetzt, Biggie. Was meinst du? Ja, natürlich muss man jetzt die Verantwortung auch übernehmen. Aber eigentlich sind das doch die Spiele, die dann richtig Spaß machen. Sieben Minuten noch auf der Uhr, Spiel, Spitz auf Knopf, 61 zu 63. Das ist das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. Beide Mannschaften mit Foul Trouble ein bisschen, aber sieben Minuten ist jetzt auch nicht mehr so die Welt. Da werden nicht alle durchkommen, aber auch nicht spielentscheidend welche vom Feld müssen. Das behaupte ich mal. Schauen wir mal. Ausgleich. Auch wieder über Stockton. Über Stockton. Die Tochter. Die Tochter, genau. Der Vater schon. John. Genau. John Stockton. Utah Jazz. Ein Weltstar. Weltstar in der NBA. Ist manchmal auch in der Halle, habe ich mir sagen lassen. Also hier wurde er noch nicht gesichtet. Hier wurde er noch nicht gesichtet, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Und Nördlingen mit der zweiten Luft und einem erfolgreichen Dreier drei Punkte vor. 63, 66 Aussicht der Hannoveranerinnen. Und wieder Stockton mit zwei Punkten. Stockton hält sie in der Partie. So, Nördlingen wechselt gleich auch nochmal. 4, 3, da muss sie jetzt hoch zum Korb. Ah, da ist Foul bekommen. Gegen wen? Gegen Youngeling. Ihr viertes Foul. Geht auf prompt raus. Sarah Polleros kommt wieder, die wenig gespielt hat. Zweite Hälfte hat sich doch wehgetan. Sehr gut, Devonport, Nördlingen, Devonport. Ganz sicher, wichtige Freiwürfe. Halbes Viertel noch zu spielen. Das Ding wechselt nochmal. Das ist jetzt natürlich eine Spielsituation. Da wechselst du eine 16-Jährige nicht unbedingt in ein solches Spiel ein. Das ist auch zu viel verlangt. Glaube ich jetzt auch nicht. So, Chance, die Führung auszubauen. Für die Angels. Und wenn die das Ding ziehen, Biggie, dann ist es das Top-Vorwochenende der Überraschung. Ja, würde ich auch sagen. Ich denke, Favorit ist mit Sicherheit als Titelverteidiger hier Hannover. Aber, aber, ich würde sagen, dass die Angels da durchaus gute Chancen haben. Fünf Minuten noch. Ballbesitz, Nördlingen. 2,6 Sekunden auf der Shot Clock. Super gespielt. Da sollte der, ah. Mariana Rolison jetzt am Ball, aber komplett aus dem Spiel genommen. Ja, dafür viel Platz, Herr Taylor. Die da überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist im Moment. Und jetzt das vierte Fall von Brianna Rolison. Ja, abseits vom Ball. Das ist das zweite Team-Foul erst. Beide Teams erst bei zwei Team-Fouls. 4,29 vor Ende. Also, wenn irgendwann einer Stop-The-Clock spielen muss, dann... Ja, es sind noch viereinhalb Minuten. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Nördlingen immer zum Brett. Quatsch, Hannover jetzt immer zum Brett. Ja, viel über Stockton oder Taylor im Moment. Dann müssen sie aber umgekehrt die Gegenangriffe von Nördlingen stoppen, wenn sie das Spiel gewinnen wollen mit dieser Taktik. Ah, sich rechterrandt da gut durch. Aber, Ball für Hannover. Täuschter Eindruck, ein Tick langsamer als die erste Halbzeit ist das Spiel geworden. Aber immer noch extrem... Immer noch extrem... Intensiv. Intensiv. Schenken sich beide überhaupt nichts. Sitzes. 69 zu 70. Drei Minuten 20 zu spielen. Ja, ein kleines Missverständnis. Rowena Jongeling kommt jetzt wieder zurück. Die Niederländerin, die schon vier Fouls hat. Also die soll jetzt spielen, solange es geht. Ja, direkt die Hilfe, direkt die Hilfe zu volllassen. Der Pass war schlecht. So, keine drei Minuten mehr. Mann-Verteidigung bei Hannover, wobei das immer komisch klingt. Eins-gegen-eins-Verteidigung. Karp zählt und ein Schuss. Jetzt wird's bitter. Und one für Brandy Beasley. Ja, unstrittig. Drittes Foul von Dara Taylor. Und an der Linie Brandy Beasley. Und in der Linie. Nördling wird gleich auch nochmal wechseln. Ah, guter Rebound. Was mir bei Naomi Davenport nicht gefällt, sie ist immer mit in den Schied zu stellen. Immer am freundlich formulieren, diskutieren. Ob das da jetzt prächtig war oder nicht, konnte man von hier aus wahrlich überhaupt nicht sehen. Aber so oder so wird sich's nicht ändern. Im Gegenteil. Ja, Stockton versucht's dann doch selber. Ja, weil keine andere Option da war. Marian Asley-Lagemann jetzt wieder auf dem Feld für Nördlingen. Sie steht völlig frei an der Seite, kriegt den Ball und legt ihn daneben. Wichtige Situation aus Sicht der Hannover Hanna. Und umgekehrt. Schön gespielt. Das war zu offensichtlich, wo der Pass hin sollte. Aber ich mein, das ist jetzt natürlich... Es sind nur noch anderthalb Minuten vor der großen Überraschung, dass Nördlinge hier den Pokal gewinnt. Aber was haben wir in anderthalb Minuten in dieser Halle alles schon gesehen? Da kann noch ganz, ganz viel passieren. Das ist das knappe Spiel, was wir uns gewünscht haben. Das ist das Schöne. Und da... Es wird als Offensiv-Foul gegen Polaris gepippt. Erika Davenport, das Offensiv-Foul, lacht sich tot. Da wird jetzt die Auszeit kommen, genau. Und ein technisches Foul natürlich gegen die Bank der Hannover Luchse. Ja, was... Ja, jetzt nochmal Kopf klarkriegen, Kopf ordnen. Einmal durchatmen. Was, was, was sagst du jetzt deinen Hannoveranerinnen? Ein 16 auf der Uhr, Gegner hat Ballbesitz und du bist mit drei Punkten... Hannover muss jetzt aggressiv verteidigen. Drei Punkte, eine Minute 16, da ist alles drin. Das... Da ist noch überhaupt gar nichts passiert. Und du hast jetzt die Option, Stop the Clock zu spielen. Ab dem nächsten Foul. Im Moment erstmal ganz normal weiter aggressiv verteidigen. Natürlich jetzt Ordnung reinbringen, wie genau. Wir schauen mal gerade auf die Statistiken, wer ist bei Nördlingen die schlechteste... Wer die besten Freiwerfer sind, oder die schlechtesten, besser gesagt. Lisa Berthold beispielsweise, 71 Prozent. Erika Davenport, die überragende, nur 65 Prozent. Also die müssen an die Freiwürflinie geschickt werden, aus Hannoveraner Sicht. Und umgekehrt, schauen wir mal da. Finja Scharkel, die Deutsche. Und Brianna Rowleson. Mit Werten um 50 Prozent. Aber das ist immer viel leichter gesagt als getan, dass du dir die so stellst, dass du die richtige Foulin kannst, wenn du die Uhr anhalten musst in der Crunch Time, in der wir uns jetzt befinden. Und der wird uns jetzt befinden und... Von 69 zu 72 Aussicht der Hannoveraner. Eine Minute 16 vor dem Pokalsieg. Die Angels aus Nördlingen. So, die ganze Halle steht auf. Die Halle steht. Wir sehen nichts mehr und stehen auch auf. So, der schiedsrichter noch mal kurz am Kampfgericht. So, erwartungsgemäß natürlich Hannover jetzt mit einer ganz Weltverteidigung. Ab wann hältst du die Uhr an? Ab wann hältst du die Uhr an? Du hast den Ballgewinn. Im Moment kann man erstmal ganz normal den Angriff noch ausspielen, ja. So, Nördlingen erst das dritte Team-Foul. Ach, Biggie, weißt du was? Ich wäre für den Ausgleich und noch eine Verlängerung. Das Spiel ist schön. Gucken wir uns gerne noch an. Natürlich kommt der Ball zu Darrell Taylor. Ich gucke auf die Uhr. 49 Sekunden. Auf der Shot Clock jetzt noch 10. Natürlich der Ball runter zu Rollerson. Und jetzt sind es... 35, 34 Sekunden. Ein Angriff. Immer noch die Führung mit einem Punkt für Nördlingen nach wie vor. Und sie haben noch 11 Sekunden, um einen Angriff abzuschließen. Und dann noch 15 für die anderen. 3, 2, 1. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. 10 Sekunden. 10 Sekunden, 9. Stockton. Rollerson. Über Rollerson. Kriegt den Ball. Foul. Das Foul wird gepfiffen. 2,8 Sekunden vor dem Ende. Da sind wir jetzt bei deiner Freiwurf-Statistik von gerade eben. Einen zur Verlängerung, zwei zum Pokalsieg. Vielleicht kriegst du deine Verlängerung doch. Und das fünfte Foul für Naomi Davenport. Sollte es Verlängerung geben, ist das natürlich eine harte Schwächung für Nördlingen. Rihanna Rollerson hat schon ziemlich viele in dieser Partie daneben gelegt. Dein Tipp? Einen trifft sie. Ausgang. Einer. Trifft sie zwei, wird sie zur Heldin, trifft sie keinen zur tragischen. Das sind noch 2,8 Sekunden, da kann noch viel passieren. Ganz sicher passiert als nächstes Auszeit. Gucken wir, ob die Gelegenheit, sie trifft den ersten. 72, 72. Ganz wichtig. Natürlich trifft sie den zweiten, gibt es die Auszeit sofort, das ist ganz klar. Sofort Auszeit für Nördlingen, natürlich. 2,8 Sekunden. So, deine Statistik hier vollkommen Lügen gestraft. So. Kein Foul oder doch Foul? Das ist dann immer die Frage. Was sagst du als hannoveranische Trainerin jetzt an? Gucken wir mal, was sie sich überlegt. Es gibt alle Möglichkeiten, mit Sicherheit. Die Passwege verteidigen, dem einwerfenden Druck geben. Können da leider nicht reinhören, das ist eigentlich schade. So. Halle steht. Ein würdiges Finale für den Pokalwettbewerb 2023-2024. Ein absolut spannendes wäre bei beiden durchaus zu wünschen, zu gönnen. Aber natürlich Nördlingen als, ich sag einfach mal, Außenseiter. Ein super Spiel gemacht. In der Schlussminute, ein bisschen Pech, hergeschenkt. Aber noch ist es nicht vorbei. 2,8 Sekunden. Ball wird an der Seite übergeben, meiner Meinung nach. Die Uhr läuft nach dem ersten Pass. Genau. Der Einwurf damit ja im Vorfeld. Natürlich gewählt, um die 2,8 Sekunden ausnutzen zu können. Und der geht nicht rein. Geht nicht rein. Wie schade für Nördlingen. Wir haben wirklich, wirklich... Und das tut einem natürlich weh für Nicole Problitz. Ein Riesenspiel abgeliefert. Wir sind wirklich dran geblieben. Die 20-Jährige nimmt den Schuss. Es ist... Und du bist dann natürlich tot. Herzlichen Glückwunsch an Hannover. Ja. Die haben das... Freuen sich zu Recht riesig, dass sie ihren Titel verteidigen können. Unglaublich schade für Nördlingen. Aber ein super Basketballspiel. Ich würde sagen, Werbung für den Sport. Hat Spaß gemacht, dass wir wirklich bis zum Ende ein spannendes Spiel hatten. Ja. Und dann schauen wir nochmal drauf. Nördlingen natürlich Kopf hoch. Das war trotzdem eine Riesenleistung. Bleiben Sie bei uns für die Siegwettbewerbung. War ein großer Lächterhunter. Nee. Es war... Es war Nicole Problitz. Die Zeitlupe war leider falsch. Ja, ja. Es war am Ende. War es Problitz. Ja. Und den Mut musst du als 20-Jährige erst mal haben. Und das musst du auch... Ein Superspiel. Nördlingen braucht da überhaupt nicht die Köpfe hängen zu lassen. Ja. Natürlich bist du erst mal enttäuscht. Das ist vollkommen klar. Aber eigentlich können Sie wirklich erhobenen Hauptes wirklich stolz sein. Oh. Oh. Der Trainer ist so angefressen. Er hat dem Gegner nicht gratuliert. Puh. Das ist sehr ungewöhnlich im Basketball. Ja, ich glaube, hier oben kriegst du auch nicht alles so ganz direkt mit. Also ich saß jetzt nicht. Die Parsons hat Problitz in den Arm genommen. Und er steht da bei den Fans und applaudiert. Hat aber der gegnerischen Mannschaft und der gegnerischen Trainerin, glaube ich, bis jetzt nicht gratuliert. Gratuliert. Wäre schade. Macht so unsympathischen Eindruck. Aber das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Guck mal. Aber die freuen sich jetzt natürlich riesig. Ja. Vollkommen zurecht. Und wie geht es für die weiter? Hannover, der Pokal, Titelverteidiger, knappes Spiel 73, 72 am Ende über Nördlingen. Die gehen jetzt in die Playoffs gegen Osnabrück als Tabellendritter gegen den Sechsten. Und die Nördlingen Angels als Tabellenfünfter gegen den Vierten, gegen die Gieser Lines. Also erst mit zwei Auswärtsspielen. Genau. Jetzt Kopf hoch. Trainerin umahnt alles und jeden. Kopf hoch, Nördlingen. Kopf hoch, Nördlingen. Siegerehrung wird vorbereitet. Ich glaube, Katrin Schmidt ist auf dem Weg. Die Siegertrainerin, sich an die Seite zu bringen. Sie sind auf dem Weg dahin. Glücklich, aber auch verdient. Umkämpft. Hart umkämpft. Auf jeden Fall. Und das ist im Basketball so. In allen anderen Dingen gibt es dann irgendeinen Shootout, Elfmeterschießen, Siebenmetschießen. Keine Ahnung, im Basketball ist es halt so. 73 zu 72 gewinnen die Hannoveraner Lüchse, Lüchse und Katrin Schmidt mit Sidney Parsons. Glückwunsch von hier oben. Was ein Finale. Ich glaube, so eine Energie war hier in der Stadtgartenhalle seit Jahren nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Titel der laufenden Basketball-Saison. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, war ein krasses Spiel. Also eine mega Leistung von Nördlingen. Das muss man sagen. Die haben hier einen super Top vorgespielt und die sind so eine krasse Mannschaft. Also die haben während der Saison alles gezeigt. Mega Respekt für die Mannschaft da. Aber ja, also es war nicht das perfekte Spiel. Aber beide Mannschaften haben gekämpft, alles gegeben. Und am Ende ist es so. Bei Meisterschaften geht es auf ein Punkt, zwei Punkte. Und zum Glück war das auf unserer Seite dieses Mal. Brian Rollerson, sicherlich die Matchwinnerin heute. Was ging in dem Moment, als Sie an der Freibuflinie stand, in Ihrem Kopf vor? Ja, ich habe sie einfach zu mir geholt, weil ich normalerweise sehr hart auf Brie bin. Das ist einfach unser Verhältnis, so ein bisschen Love-Hate manchmal. Aber wir haben ein super Verhältnis miteinander. Und ich habe sie in dem Moment gehabt. Hey, ich glaube an dir, du schaffst das. Mach die beide rein, ich brauche nur einen Treffer. Dann gehen wir ins Overtime und rocken wir das Ding. Aber ich glaube an dich, du holst das Ding. Und Brie hat diese Saison so viele Probleme mit Freiwürfen. Die hat eine sehr niedrige Quote und das passt perfekt. Dann hat sie die beiden entscheidenden Freiwürfe getroffen. Ich bin mega stolz auf sie. Und ich glaube, in dem Moment hat sie nur gedacht, dass sie unsere Unterstützung hat von der Mannschaft. Wenn man Sie an der Seitenlinie beobachtet hat, Sie kommunizieren die ganze Zeit mit Ihrem Team, geben denen eine wahnsinnige Energie. Glauben Sie, dass das auch so ein bisschen der Schlüssel bei Ihnen zum Erfolg ist, dass die Kommunikation so gut läuft? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben taktisch sehr viele Fehler heute gemacht. Es lag an Müdigkeit, alles wenig Vorbereitung. Aber man hat das von jedem Spieler gesehen. Also besonders Brie, die hat Fahle-Probleme. Normalerweise wird sie total frustriert und checkt raus. Aber die war einfach da. Die hat da immer hinter ihrer Mannschaft gestanden und alles gegeben. Aber von allen Spielerinnen, egal ob die eine Minute gespielt haben oder 20, jeder hat miteinander geredet heute. Und das NGF der Bank war Wahnsinn. Sie haben ja selber auch eine Vergangenheit mit Nördlingen, haben lange in der Mannschaft selber gespielt und waren auch WNBL-Trainerin, hatten auch schon eine andere Spielerin unter sich. Wie war das heute für Sie quasi gegen Ihre eigene Hexmannschaft, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, zu spielen? Ja, also wie gesagt, diese Saison mega Respekt zu dieser Mannschaft aus Nördlingen. Die haben einen guten Konzept da, die bauen das auf. Und das ist bisher und wird eine überragende Saison für Nördlingen sein. Für mich habe ich auf jeden Fall sehr viel Stolz, dass ich ein Teil der Mannschaft war, ein Teil des Vereins war. Es war besonders gegen die heute zu spielen bei den Top 4. Zwei deutsche Vereine. Und ja, also es war besonders auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich auf der Seite von Hannup heute bin. Eine Frage noch schnell zu den Playoffs. Nächste Woche geht es los. Wie sehr zittern Sie jetzt dem vielleicht sogar Double entgegen? Ja, also das ist immer hart. Man kommt zum Top 4. Das ist eine Ehrung, hier zu sein und auf jeden Fall zu gewinnen. Aber dann hat man nochmal drei, vier, fünf krasse Spiele. Osnabrück ist ein super Gegner. Das letzte Spiel war zwei Punkte für uns. Ja, also die sind auch eine sehr toughe Mannschaft. Wir erwarten ein toughest Playoff für uns. Aber wir würden hier alles geben, das total genießen. Das auch so erste Push ins Playoffs kriegen. Es wird hart sein. Wir haben nur drei Tage zu vorbereiten, auch zu regenerieren. Aber das gehört dazu. Das ist Postseason. Und in Postseason, es zählt einfach jeden Tag. Jeden Moment, jeden Punkt. Und das hat man heute gesehen. Sydney Parsons, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Finalsieg hier im DBBL-Pokal. Jetzt geht es zur Siegerehrung. Und da gebe ich wieder ab an Georg und an Vicky. Da kommt der Katrin kaum zu weit. Ja, und die Enttäuschung ist natürlich nachvollziehbar, immens. Das tut einem auch weh, wenn man selbst gespielt hat. BG, du hast noch eine ganz enge Beziehung zu den Angels aus Nördlingen. Ja, natürlich hätte ich sie ihn irgendwo auch gegönnt. Auf jeden Fall hätte ich mich natürlich da auch gefreut. Trotzdem immer noch eine Mega-Leistung mit ein bisschen Abstand. Kann man das dann vielleicht auch wirklich dann vielleicht eher so sehen, dass das jetzt natürlich einfach nur eine Riesenenttäuschung ist. Ja, gestern hatten Sie das Glück des Tüchtigen gegen Saloui und heute das Pech. Genau. So, ich höre gerade, Sarah Polleros ist bei Katrin. Bitte schön. Sarah, allererste Frage zuerst. Direkt im ersten Viertel sind Sie schmerzverzerrt auf die Bank gelaufen. Was ist passiert? Wie geht es Ihnen? Ich bin einfach nur mit dem Knie weggeknickt. Das ist schon mal passiert, diese Saison. Ich habe gespürt, es ist genau das selbe wie letztes Mal auch. Ich musste kurz raus, einfach um ein Momental Reset. Und dann hat unsere Physik kurz drüber geguckt und dann war alles gut. Sehr gut. Es war ein unfassbar intensives Spiel. Es ging auf, es ging ab. Sie haben sogar eine sehr hohe Führung rausgespielt. Die hat Nördling dann wieder aufgeholt. Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Emotionen über das gesamte Spiel, was ja wirklich, ich habe es gerade gesagt, unfassbar intensiv war. Ja, ich hatte das Gefühl, am Anfang haben wir nicht ganz so gut reingefunden wie gestern. Das hat uns gebraucht, die Abläufe zu finden, das, was gut funktioniert hat. Und dann viel auch über innen versucht, was Nördling eigentlich eher weggenommen hat, weil wir halt auch von außen nicht so gut getroffen haben wie die letzten Spiele. Dann im dritten Viertel ist kurz der Knoten geplatzt. Wir haben unsere Sachen rausgespielt, es hat gut funktioniert. Und dann haben wir der Defense einfach dumme und einfache Fehler gemacht, die wir eigentlich ersparen hätten können. Und dann sind sie da ja wieder zurückgekommen. Und Nördling ist einfach ein Team, das kann zurückkommen. Das wussten wir und das hätten wir einfach besser unterbinden können. Dann wäre es auch nicht so spannend gewesen am Ende. Ich habe eben schon Ihre Trainerin danach gefragt. Es sieht von außen immer so aus, als würde sie fast mit aufs Spielfeld rennen. Wie funktioniert diese Kommunikation und wie sehr hilft Ihnen das, dass Ihre Trainerin auch wirklich so nah dran ist beim Spiel? Es hilft unglaublich. Sie war früher Spielerin, sie hat diese Emotionen auch. Sie weiß genau, was man sagen muss. Sie weiß genau, wie wir uns fühlen, was wir gerade brauchen so in etwa. Und es hilft einfach ungemein, dass sie uns immer wieder Tipps gibt, immer wieder immer dabei ist, immer da ist und nicht aufhört. Weil das ist wie ein Vorbild auf dem Feld dann für uns. Und wir hören dann auch nicht auf. Und wie man sieht, es lohnt sich. Ja, drei Tage haben Sie jetzt Zeit, um sich auf die Playoffs vorzubereiten. Wie wird denn trotzdem heute Abend ein bisschen gefeiert? Mal schauen. Wir fahren heute Abend auch unter anderem noch zurück. Von daher mal schauen. Aber wir werden auf jeden Fall die Zeit genießen. Wir haben den Pokal gewonnen, back to back. Ich glaube, was Cooleres gibt es nicht. Und wir werden es auf jeden Fall genießen. Dann herzlichen Glückwunsch zur geglückten Titelverteidigung und ganz viel Erfolg jetzt bei den Playoffs. Dankeschön. Und damit geht es wieder nach oben zu Gregor, wollte ich schon sagen. Nee, zu Georg und Biggie. Herr Jörg aus Inna Pornowoss, der schlaue alte Mann vom Land. Ja, das ist der Pokal. Guck mal. Der Pokal, den in den Jahren 2008, 2009 und 2010 die Rolls aus Saarlouis gewonnen haben. Ich glaube, das Jahr 11 war dann Wasserburg und dann ging es ein bisschen hin und her. Und jetzt schauen wir mal, wie der Titelverteidiger... Ja, da ist es, genau. Saarlouis, 8, 9, 10. Dann Wasserburg, 11. Hatte ich noch richtig in Erinnerung. Oberhausen tatsächlich, 2012. Ja, unsere Gegner ist dann immer weiter. Und jetzt eine erneute Titelverteidigung. Immer was Schönes, wenn von der Mannschaft relativ viele noch da sind. Und ich würde denken, das ist eine sehr emotionale Heimfahrt für die Hannoveranerinnen. Ist ja auch lange. Ich glaube, dass sie viel Spaß haben auf der Heimfahrt und dass sie sich gar nicht so lange anfühlt, wie die Hinfahrt. Das ist, wenn du sowas verloren hast, andersrum. Das ist dann leider andersrum für Nördling. Aber trotzdem, wenn sie das jetzt mal abgeschüttelt haben können und müssen sie auch wirklich stolz auf sich sein. Das war ein Megaspiel, das war eine Megaleistung. Aber trotzdem, das muss sie jetzt halt auch erst mal verdauen. So, wir sind mal gespannt. Der Sportminister des Saarlandes wird die Siegerehrung vornehmen, gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Damen-Basketball-Bundesliga, den wir ja vorhin im Interview hatten. Und ich höre, glaube ich, dass der Sportminister nach der Siegerehrung auch noch bei Katrin vorbeischauen wird. Reinhold Joost ist das. Sehr sportaffiner Minister, so darf man sagen. Wie sein Vorgänger Klaus Bullion auch. Die haben Sport tief ins Herz geschlossen, die beiden Politiker unterschiedlicher Parteien. Bullion, der Vorgänger CDU, Reinhold Joost, SPD. Und jetzt geht's los und die Saarländer haben sich als beste Gastgeber präsentiert beim eigenen Turnier. Das können wir auf jeden Fall im Saarland gut. Gute Gastgeber sein, auch wenn das vielleicht auf die Art und Weise nicht unbedingt geplant war. Das war früher anders, da konnten Sie hier alle anreisen und sagen, hm, ob wir da was mitnehmen. Ja, das waren die paar Jahre, aber die liegen ja jetzt auch schon ein Stückchen zurück, muss man so ehrlich auch sagen. Genau, die besten Jahre fast 15 ohne Wenn und Aber. So, da unten geht's jetzt los. Ja, der Hallensprecher Mike Kaspers ist das, der die Royals als vierte Mannschaft, als viertplatzierte jetzt als erste, nach vorne rufen wird. Ich glaube, die Schiedsrichter sind vorher noch dran. Ja, die Schiedsrichter haben jedes Lob verdient, über das ganze Wochenende. Wir haben alle Spiele gesehen, muss man fairerweise sagen, so wenig Debatten über Schiedsrichter-Calls habe ich selten gesehen. Und das ist das Allerbeste, was man über Schiedsrichter-Kollektive sagen kann. Ich würde sagen, je unauffälliger, desto besser. Es gab ja die alte Geschichte, wenn der Schiedsrichter zum Fernsehreporter kommt und sagt, sitzt meine Frisur, dann weißt du, wie gefiffen werden wird. Und leider hat sich das allzu oft bestätigt und das kam früher häufiger vor als heute. Verdiente Präsente, schöne Erinnerungen und das absolut verdiente Dankeschön für sehr gute Leistungen. Das ist die Ehrung für unsere Schiedsrichter-Order-Liebste. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Wer beschwert sich? Da gab es einen lauten Fuhruf. Ich würde sagen, die Zufriedenheit ist doch nicht ganz so groß, wie du die gerade eben dargestellt hast. Naja, gut, wenn du verlierst, bist du oft unzufrieden, wobei auch gestern die Rolls sich am Ende... Ich denke, es gibt aber auch viele Fehler, wo du an deiner... Natürlich sind mit Sicherheit Calls dabei, die vielleicht nicht hundertprozentig richtig waren, das ist ganz normal. Aber wenn man bei seinen eigenen Fehlern sucht, findet man da mit Sicherheit auch eine ganze Menge. Und in der langen Zeit haben wir sicher auch Spiele gesehen, die die Schiedsrichter massiv beeinflusst haben. Vielleicht ohne es zu wollen, in die eine Richtung oder in die andere. Aber in 40 Minuten findest du halt auch eine ganze Menge Sachen bei dir selber. Jetzt also nach den Referees, den Unparteiischen... Einmal das obligatorische Foto. Alle Kameras gezückt. Sportminister zufrieden. Da haben wir sie. Daumen hoch. Und dann gibt es nochmal einen Applaus. Jetzt hören wir mal rein. Applaus, keine Bu-Rufe. Ja, alles wieder gut. Die wertvollste Spielerin des Turniers. Jetzt, jetzt the most valuable player, der MVP. Die wertvollste Spielerin des Turniers. Legen wir uns fest. Die Nummer zwei bei Hannover würde ich vorschlagen. Dara Taylor. Es gibt zwei Möglichkeiten. Brianna Rolison. Das wäre die... Wir nehmen sie nicht vom Sieger. Sondern die beste Spielerin des heutigen Finals auf Nördlinger Seite definitiv. Wird zum MVP des Turniers, weil sie auch gegen Saluni sehr gut gespielt hat. Und da dann auf jeden Fall doch noch wenigstens ein kleiner Trost für Nördlingen an der Stelle. So, ein eigens gravierter Ball mit MVP drauf. Habe ich vorhin selber gesehen. Wird von den Mannschaftskameradinnen abgeklatscht für eine verdiente Ehre. Sie hätte die, glaube ich, gerne gegen den Pokal eingetauscht. Und da ist mit sich wirklich drüber freuen im Moment. Verständlicherweise. Nicht so wirklich viel daher. Jetzt also das Heimteam. So, der Gastgeber. Werden jetzt nochmal alle namentlich aufgerufen. Alle mit einem Blumenstrauß geirrt. Ja, eine Medaille wäre Ihnen sicher lieber gewesen. Ganz tief im Herzen das Silberding, das da auf dem schwarzen Holzblock steht. Das hätten Sie am allerliebsten hier behalten. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, waren zwei gute Spiele der Royals. Die Mannschaft ist in dieser Konkurrenz zu Recht Väter geworden. Der Teamkampf kommt zum Schluss Monika Lefkonska mit der Nummer 15. Zahlreiche Honorationen aus der lokalen Politik, aus der Landespolitik, aus der Wirtschaft. Hier natürlich sowohl im Wipp-Bereich als auch jetzt bei der Siegerehrung aktiv. Ja, auch da hält sich der Jubel verständlicherweise in Grenzen. Man darf gespannt sein, wie Sie sich jetzt aufrappeln und die Playoffs gegen Berlin spielen. Und wie, wenn das das normale, erwartbare Ergebnis bringt, nach dem Viertelfinale ausscheiden. Wie die Mannschaft verändert wird, wie das Team verändert wird, wie der Backcourt, also die Hintergrundmannschaft verändert wird. Und ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, es wird wieder ordentlich Änderungen geben bei den Royals. Davon ist auszugehen. Jetzt erst mal sich wieder irgendwie aufrappeln, die noch verbliebenen Nichtverletzten auf die nächste Runde, die noch kommt, vorbereiten. Ja, vielleicht noch mal die Termine für die Playoffs. Ja, Spiel 1 und 2 sind ja dann am Freitag und Sonntag 22.3. und 24.3. Es wird eben so gespielt, dass in dem Fall Alba zwei Heimspiele hat. Dann kämen, wenn es fünf Spiele wären, zwei Spiele hier in Saarlouis. Donnerstag 28.3. und Samstag 30.3. Ein entscheidendes Spiel wäre am Montag, dem 1.4. dann wieder in... Ostermontag. Das ist der Ostermontag, genau. Ja. Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt, nach dem, was wir heute gesehen haben, eher gering. Wenn jetzt nur das, was theoretisch mit fünf Spielen möglich ist, mal gucken. Aber jetzt hier schon die Ehrung. Für Alba Berlin. Für Alba Berlin. Ja, Stefanie Krieguleit natürlich auch eine MVP-Kandidatin gewesen. Aber so ist es, wie Spingula auch. Aber du nimmst normalerweise keinen MVP von einer Mannschaft, die nichts gewonnen hat. So ist es halt. Ungerecht. The winner takes it all. Diese Medaille ist die erste für das Damenprojekt von Alba Berlin. Und da sage ich nichts allzu Gewagtes. Es wird nicht die letzte bleiben. Davon ist auszugehen. Die sind da wirklich auf einem guten Weg, auf einem kontinuierlichen Weg vor allem. Und auf einem finanziell abgesicherten Weg, was ja auch... Was zu dem kontinuierlich irgendwie dazugehört, genau. Extrem passend ist. Da gibt es ja alle möglichen Facetten, die da dazugehören. Das ist auch gar nicht ganz einfach. Und da sind sie wirklich auf einem sehr guten Weg. Haben auch die entsprechenden Fans im Rücken, haben die Stimmung im Rücken. Also das kann schon richtig was Schönes werden. Und die Hallenkapazität, die notwendig ist, um noch weiter zu kommen. So. Da haben wir wieder unsere Alba-Fans. Da sind sie wieder wach. Also für mich auf jeden Fall den Pokal für die besten Fans eindeutig. Da sehen wir sie auch im Bild. Ganz eindeutig. Tja, können sich alle anderen eine Scheibe abschneiden. Was da zu Hause vor den Fernsehern oder wo los ist, das weiß ich nicht. Aber hier in der Halle eindeutig. Das geht an Alba. Nach dem Medieninteresse innerhalb der ARD-Zurre teilen viel. Also die Kollegen von Rundfunk-Stalin-Brandenburg haben sich ja gestern schon das Halbfinale nach Berlin gezogen. Sehr schön. Und vielleicht auch heute das Spiel in Platz 3 mit dem Erfolg, um es für ihre Nachrichten und Sportformate aufzuarbeiten. Hoffe ich, dass es jedem Spaß gemacht hat und die Leute auch dabei bleiben. So, dann sind wir im Finale und ich glaube, das gönnen wir uns die Spielerinnen dann doch einzeln zu erwähnen. Dann du als ehemalige Nördlingerin, bitteschön. Die Angels. Bekommenen großen Applaus auch von den Alba-Fans, von den Solo-Royles-Fans. Natürlich von ihren Heidelungen. Ja, da haben wir natürlich erst MVP, Erika Davenport. Genau, Naomi Davenport. Kommt dann da vorne rum. Und die Beine sind schwer bei allen. Nicole Prochlitz mit der Nummer 6. Ja, der Pechvogel. Erika Wigsele. Den letzten Schuss genommen, aber sie ist schon wieder gerade. Ja, Enya Wigsele kommt. Genau. Rosalich Doranta. Dann Mariam Hasley-Lagemann. Da kommt sie hinter der Anna Löffler. Genau, Leonie Kampa. Und dieser Berthold. Und Anna sieht auch nicht so aus, als würde sie gerne verlieren. Wer verliert gerne? Ja. Ja. Und auch der Headcoach. Matisse Rosalba. Ist immer noch angegriffen. Ja, der ist da. So knapp vor der Sensation. Der Coach. Matisse Rosalba. Und das ist der Coach. Tolina Matineko. Wäre Ihnen auch durchaus zu gönnen gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Das wäre in beide Richtungen. Aber er nimmt die Silbermedaille. Hängt sie sich um. Kann auch stolz darauf sein. Er klatscht sein Team ab. Er kann auch stolz darauf sein, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen dauert. Auch verständlich. Und die Co-Trainerin ebenso. Und der Betreuerkreis alle mit der Silbermedaille versehen. Die Aigner Angels aus Nördlingen. Das hat der Sensation. Ein historisches Foto. Silbermedaille. Wer weiß schon, wie und in welcher Form man diese Mannschaft in der kommenden Saison wiedersehen wird. wollen nicht schwarz malen aber es gibt wie gesagt die gerüchte im hintergrund da muss man auch immer erst mal es wird viel gequasselt genau da kann ich jetzt weil kann ich überhaupt nichts dazu sagen aber dass viel gequasselt wird das ist die reine wahrheit da könnte man nun ein paar klischee äußerungen machen das sparen wir uns das sparen wir uns auf jeden fall da haben hier viel schönere sachen gesehen die wir sehen wollen und kommentieren wollen genau so den pokal verteidigt mit der nummer null taya henson aus kanada mit der nummer eins die französin mit der nummer sechs pinja schake die nummer neun karolin sockhoff laura stockton die tochter von die in den usa geboren ist und für kroatien international spielt die nummer zwölf rowena joggling aus den niederlanden die dreizehn die schwedin mikaela gustafson die schützin der entscheidenden beiden freiwürfe in diesem finale zum 73 zu 72 mit der nummer 18 brianne rohlersson aus den usa früher auch bei den royals gespielt power forward sarah polleros deutschland hannah hank und für mich die beste spielerin des turniers das war dann eine konzessionsentscheidung aber heute im finale mit sensationeller leistung da wo taylor und der wirbelwind die cheftrainerin deutsch-amerikanerin sind sie könnte heute die welt umarmen und tut das auch da kommt keiner gerne erwidert da kommt keiner ohne den heftigen hack davon ja ich finde das super mit welchem temperament sie da immer an die sache rangeht muss ehrlich sagen mir gefällt das solange es dann den spielerinnen in kritischen situationen gegenüber nicht aus rastet und über die grenze hinweg geht ist das super da haben wir ihn den neuen deutschen pokalsieger titel verteidigt 2024 da ist er da ist das ding dann schauen wir mal ob sie so jubeln können wie sie gespielt haben da gibt's der konfetti regen los gold konfetti und rihanna rohlers und darf ihn als erste von der mannschaft halten das ist ja auch verdient wir bleiben noch im kurzen moment und freuen uns an der freude der luchsinnen aus hannover ich weiß es nicht bin kein biologe noch mal glückwunsch von uns beiden von hier oben ja herzlichen glückwunsch tolle spiele an diesen beiden tagen und wir geben runter zu kathrin mit einer gesprächspartnerin von nördlingen bitteschön ja während hier noch we are the champions läuft steht jetzt hier nicole brochlitz bei mir aus nördlingen wie sehr tut das weh nach so einem finale nach so einem ganz ganz knappen ausgang der knapper ja nicht sein kann die silbermedaille mit nach hause zu nehmen also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm also für uns war es schon ein riesen erfolg überhaupt ins finale zu kommen keiner erwartet dass wir überhaupt im top vor stehen am anfang der saison und deswegen haben wir meiner Meinung nach silber gewonnen und nicht gold verloren ja absolut vor allem ihr hattet gestern ein super intensives spiel hier gegen die royals aus salui heute noch mal das gleiche wie habt ihr das gestern überhaupt körperlich so weggesteckt ja viel geschlafen dann heute früh ein bisschen die beine locker getreten und geguckt dass wir halt gut genug mit dem körper ins spiel wieder gehen so dass wir einige meisten gut erholt sind jetzt haben sie ja auch selber unter sydney parsons mal gespielt sowohl vergangenes jahr in hannover selbst als auch damals in der wnbl in nördling was zeichnet diese frau als trainerin aus ja sie hat super viel energie will immer das beste aus einem rausholen und das schafft sie meistens auch ja wenn man die so am feld steht am feldrand stehen sieht sie spricht ja die ganze zeit mit der mannschaft ist das als gegner ganz schön anstrengend immer noch quasi so ein sechsten mensch immer noch zu hören eigentlich nicht wirklich man bekommt selber nicht so richtig mit wir vor allem wir probieren uns eher auf uns zu fokussieren und das alles andere auszublenden ich meine das was sie ihren spielern sagt geht uns ja jetzt im prinzip erstmal nichts an deswegen ist es für uns trotzdem jetzt nicht so als wer da ist so eine zusätzliche person nicole brochlitz dann schon mal ganz lieben dank und wir machen einmal einen fliegenden wechsel während ich meine karte noch mal kurz aufhebe das ist lisa berthold die kapitänin der angels aus nördling ich habe gerade schon gehört ihr seid gar nicht mal so enttäuscht also kann ich sagen herzlichen glückwunsch zur silbermedaille dankeschön natürlich hätten wir gerne ersten platz gewonnen aber mit dem zweiten platz sind wir auch natürlich sehr sehr zufrieden wir haben glaube ich eine tolle leistung in diesem letzten spiel gebracht haben gezeigt was wir machen können und nehmen das jetzt noch mit in die playoffs auf jeden fall ja vor allem es ist nach 2014 eure nächste medaille die ihr holt das heißt es ist genau zehn jahre her war euch das vorher klar okay der titel ist zwar zum greifen nah aber die finalteilnahme ist schon ein riesen erfolg auf jeden fall ja also wir waren schon sehr sehr stolz auf uns dass wir es so weit geschafft haben und wussten natürlich erster oder zweiter ist schon schon sehr sehr cool aber ja das wussten wir schon im voraus jetzt habt ihr hast du eben schon gesagt es geht jetzt so langsam richtung playoffs kommende woche geht's los wie viel pusht jetzt dieser vizemeisterte oder dieser vizepokaltitel noch mal richtung playoffs das ist sehr arg also wir wissen was wir machen können haben es auch wie gesagt schon gezeigt und ich glaube wir wollen jetzt schon schon in den playoffs auch noch zeigen was wir machen können obwohl wir jetzt fünfter in der tabelle sind zeigen wir dass wir eigentlich höher sein könnten und nehmen diesen ja kampfgeist würde ich sagen mit ihr habt ja leider das heimrecht quasi kurz vor knapp noch verloren müsst auswärts ran jetzt im ersten spiel am freitag wie viele fans unterstützen euch denn das weiß ich leider nicht aber so wie wir heute sehen kommen viele fans immer mit wir haben sehr sehr tolle fans die unterstützen uns egal wo also ich glaube wir haben schon da schon schon ziemlich viele fans für uns wie wird jetzt heute noch gefeiert wir fahren leider noch heim also eine längere fahrt heim aber wir feiern den zweiten platz im bus schon dann gute heimfahrt erstmal lisa berthold und noch mal herzlichen glückwunsch zum zweiten platz im deutschen pokal vielen dank und wir machen direkt weiter da steht er nämlich bereit reinhold joost hallo herr minister der sportminister aus dem saarland ja ein wahnsinns wochenende geht zu ende mit einem wahnsinns finale knapper kann es nicht ausgehen 73 zu 72 wie sehr haben sie dieses spiel genossen und auch die spannung in der halle mit aufgesaugt also das turnier war grandios das gab das war die beste werbung für basketball ever gerade dann noch hier in salui im saarland und das was man natürlich jetzt im finale gesehen hat besser geht es nicht spannender geht es nicht man hätte können meinen es war bewusst um irgendwelche beruhigungsmittel zu bewerben denn das was wir hier gesehen haben war klasse werbung also ich bin immer noch begeistert und es geht ja sportlich weiter im saarland wir haben eine champions league final 4 im tischtennis vor uns es gibt länderspiele im volleyball die sind wir haben gerade ja das war zwar vergangen aber wir haben noch ein dfb pokal halbfinale vor uns es wird ein richtig spannendes sport ja und dann gekrönt von den olympischen spielen quasi nebenan in paris worauf freuen sie sich jetzt am meisten also ich bin erst einmal geblättet von dem was wir hier im saarland an sport politischen und vor allen dingen highlights haben mit blick beispielsweise auf das thema tischtennis final vor sie haben schon gesagt es gibt die deutschland tour die das finale in saarbrücken haben wird wir werden die badminton europameisterschaft haben und dann volleyball em der frauen in der polizei und dazwischen olympia und wenn man dann das ganze noch ein bisschen nach vorne sieht die special olympics 2026 wir sind stolz wie wutz mit einem ohr dass wir das tatsächlich hier im saarland alles so hinkriegen deswegen danke an alle die da mitmachen viele ehrenamtliche aber auch diejenigen die über den lsvs und den verbänden eine so tolle arbeit abliefern würden sie sagen dass saarland ist mittlerweile ein richtiges sportland geworden wir haben auf dem aufgebaut was wir in den letzten jahren schon uns erarbeitet haben kompetenzen insbesondere im radsport aber mittlerweile gibt es eine ganze reihe anderer die nach vorne kommen das ist das thema basketball das ist das thema volleyball das ist das thema handball eine ganze reihe anderer und dann haben wir über den fußball noch gar nicht geredet und deswegen bin ich wirklich sehr sehr froh dass wir das im saarland mit diesen tollen events aber vor allen dingen mit dieser tollen unterstützung aus den profis genauso wie aus der breite haben saarland ist ein sportland und da machen wir jetzt richtig mehr draus vielen dank herr minister ich hoffe ihr herz beruhigt sich von diesem spannenden und packenden wochenende vielen lieben dank ja und das war es von uns hier vom saarländischen rundfunk wir verabschieden uns jetzt aus der stadtgartenhalle aus der löy und mit mir war mit wir meine ich hier wiki und georg ihr habt heute fleißig kommentiert von oben was machen eure stimmbänder wie sehr musstet ihr euch vor allem auch zusammenreißen nicht völlig auszurasten bei diesem finale ja es war genau das finale was wir uns gewünscht haben super spannend ja es hat schon richtig spaß gemacht also georg hat sich immer eine verlängerung gewünscht die hat er nicht bekommen aber ich glaube es hat ja auch so spaß gemacht oder es war auf jeden fall für uns alle eine premiere haben wir zum ersten mal so gemacht wir in dieser kombination ja auch ich glaube die reaktionen die über whatsapp reinkamen waren größtenteils sehr positiv hoffe die klickzahlen sind auch so ist wenn wir morgen sehen und es wurde in die ganze republik ausgestrahlt schauen wir mal und riesenlob es war eine doppelte premiere für biggie was war leichter heute oder früher dreierschießen vom quadratmeter das war gewohnter dass mit den dreierschießen vom quadratmeter was spaß gemacht hat das heute auch wie eine letzte frage ich hatte vorhin das gefühl also so eine energie so eine spannung so eine lautstärke gab's hier in der stadtgartenhalle schon lange nicht mehr seit jahren nicht mehr du kennst die ja noch höchstpersönlich aus besten zeiten kam das vorhin schon wieder so langsam ran an das wie du es auch kennst es wäre halt schön genau wenn man da noch ein bisschen mehr schaffter kontinuität reinzubringen ich glaube wenn sich alle wieder ein bisschen mehr mit der mannschaft identifizieren können dann geht das mit sicherheit auch wieder in die richtige richtung und wird dann auch wieder eine nummer größer das ja war es jetzt von uns hier aus der saloya stadtgartenhalle wir bedanken uns bei ihnen zu hause fürs zuschauen und wünschen ihnen jetzt noch einen schönen abend und einen schönen rest sonntag bis zum nächsten mal ja 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 ja